Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Kleiner Schönheitsfehler, genau wie gerade. Jetzt sind wir aber drauf. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge 1902 mit Micha und Stefan. Und liebe Leute, schnallt euch an, ich habe es gerade schon gesagt, da war ich aber im Stummfilm, nach dem 0 zu 3 des MSV in Meppen. Und ich weiß, ihr seid alle heiß. Ihr seid alle richtig heiß wie Frittenfeld. Weil, Micha, dass wir das erleben dürfen, nach zwei Jahren Pottbolzers 1902, heute Abend, Folge 94. Und wir haben jetzt wirklich fast auf den Tag genau zwei Jahre darauf hingefiebert. Der MSV ist wieder zurück. Der gewinnt. Und er ist in der Spur. Und im Magenta-Stream wurde heute darüber gesprochen, der MSV spielt sexy. Also ich meine, sexy und der MSV. Wann haben wir das zuletzt mal gehört? Also da hat noch dein Idol, da hat noch Michael Tönnies gespielt. Aber ich quatsche zu viel. Und deswegen sage ich, schönen guten Abend natürlich wie immer an die gesamte Community. Und wie immer an den lieben Micha. Grüß dich. Hi. Das ist es? Raste aus, Junge. Raste aus. Eskalier. Gepflegt diskriminieren. Ich kann nicht. Gepflegt diskriminieren? Okay. Gepflegt eskalieren, meinst du? Eskalieren. Ich sage mal so. Die Geschichte, warum ich hier nicht so eskaliere, ist eine ganz einfache. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also für euch sind wir schon beim Thema. Ich sage es mal eben ganz schnell. Ich bin sonntags immer arbeiten. Cheers. Bin sonntags immer arbeiten. Und dann habe ich mir mal überlegt, ich muss das Spiel sowieso immer real live gucken danach. Dann mache ich das jetzt mal so. Ich spreche mit allen. Spoilert mich nicht. Ich möchte das Spiel nachher so gucken, als hätte ich es noch nicht gesehen. So, dann hat das irgendwie funktioniert. Selbst deine Spoiler-Versuche haben nicht geklappt. Und dann am Ende mache ich Magenta-Sport auf dem Laptop auf, klicke auf Meppen gegen MSV. Und was kommt als erstes? 0-3. Also, Leute, wenn ihr das Spiel real live gucken wollt bei Magenta, ohne es vorher irgendwie gespoilert zu bekommen, dann müsst ihr es über einen Fernseher machen. Ich glaube, da geht es. Auf dem Laptop erscheint direkt das Ergebnis. Unglaublich. Was hast du denn gedacht, als du es gelesen hast? Haben die sich vertan? Mit dem 0-3? Ja. Nö, habe ich nicht gedacht. Aber in unserer WhatsApp-Gruppe, ich habe nicht auf die Uhrzeit von deiner Nachricht geguckt. Deine Nachricht war Müller, Tor des Monats. Dann antwortete Marlon, irre. Dann habe ich gedacht, da hat Thomas Müller wieder irgendwas Verrücktes gemacht. Ah. Ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass es sich um, wie auch, Vincent Müller handeln könnte. Ja, Wahnsinn, Micha. Also, ultra viele Leute auch gerade da draußen schon wieder am Start. Wir sind fast 200. Also, macht die 200 voll. Liken, liken, liken. Kommentieren, mitmachen. Werden gleich wieder das Edeka-Elskamp-Zebra des Tages wählen lassen. Ich glaube, es wird eine eindeutige Nummer werden. Aber trotzdem geben wir uns Mühe. Und der eine oder andere, der fragt da draußen immer, wie setzen sich die vier Nominierten zusammen. Ja, da müsst ihr uns natürlich so ein bisschen Vertrauen schenken. Ja, auf der einen Seite frage ich den Michael immer. Ja, heute nicht. Heute nicht. Ja, heute nicht. Wie auch, wenn du es um 20 Uhr noch real live guckst. Ein bisschen schwierig. Deswegen, weil die Vorbereitung zur Sendung, die erfordert natürlich auch so ein bisschen Zeit. Da müsst ihr uns einfach mal so ein bisschen euer Vertrauen aussprechen. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr der Meinung seid, es müsste jemand anderes mal nominiert werden. Ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben. Deswegen, umso wichtiger, Instagram, Facebook, alles liken, alles kommentieren. Und dann auch dementsprechend mal eine Nachricht reinhauen. Von daher, sollte das passen. Und Micha, du hast noch einen Hinweis. Und danach fangen wir mit den drei Punkten des Tages an. Hast du jetzt schon die Zebra of the Week Nominierung gemacht? Ja, die habe ich. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich nicht komplett am Thema vorbei bin. Ach so, die habe ich noch nicht reingestellt, meinst du? Das meine ich. Nein, das kündigen wir gleich groß an. Mit Fanfare und mit Zauberei. Und hast du nicht gesehen. Und Edeka und so weiter. Alles klar. Und Hogwarts, genau. Dann habe ich im Moment so nichts zu sagen. Das ist schön. Gib Gas. Der VfL Bochum. Punkt, Punkt, Punkt. Wird dies Jahr vermutlich runtergehen. Jetzt müsste ich eigentlich den zweiten Punkt Bayern München reinnehmen. Aber lassen wir an dieser Stelle heute mal. Die zweite Bundesliga. Sollte man nicht tippen. Auch gut. Und alles zur ersten, zweiten und dritten Liga gibt es jeden Sonntag, Schrägstrich, Montag. Punkt, Punkt, Punkt. Überall, wo es Podcasts gibt. Kurz, knapp und präzise. Drei in fünf. Danke, Stefan. Eine Sache muss ich aber an dieser Stelle, wo wir gerade bei den drei Punkten, beziehungsweise wo wir gerade bei Podcasts sind. Ich habe gerade auch schon einen super Kommentar hier von SuperSanjiTV, wer auch immer das ist, für den Podcast mit Olaf Zimmer ein Lob bekommen. Möchte ich an dieser Stelle Danke für sagen und kann allen Hörern und allen Zuschauern hier nur sagen, schaut mal bei Spotify vorbei oder bei iTunes. Es liegt immer noch ab, unser reiner Audio-Podcast mit dem Inhaber, falls ihr euch fragt, wer ist Olaf Zimmer, mit dem Inhaber von Zox über Fußball, über Duisburg, über Köln, über die Aufgabe von Unterstützern wie Investoren und Sponsoren und so weiter und so weiter. Sehr, sehr illustre Folge, wie ich finde. Ja, kann ich nur so natürlich auch noch bestätigen. Und deswegen, Leute, gab unter der Woche, vielleicht nochmal zur Erklärung, falls der eine oder andere es jetzt nicht ganz einsortieren konnte, es gab diese Sonderfolge hier bei uns auf dem Kanal, allerdings nicht bei YouTube, sondern bei Spotify, iTunes etc. pp. Also dort der Olaf Zimmer im Gespräch mit dem Michael Lohnenswert, wie auch gerade hier der, deswegen grüßen wir einfach mal, den SuperSanjiTV reingeschrieben hatte und alle weiteren natürlich da draußen, der Lukas, der Nico, der Andreas, der Kevin. Bevor du alle nennst, ich vergesse es sonst wieder, liebe Grüße an unseren wahrscheinlich jüngsten Fan, der mich im Stadion angesprochen hat, der Jannis, der hatte dich auch schon mal angesprochen und er hat mich darum gebeten, kannst du mich bitte mal grüßen, der Stefan hat es damals vergessen. An dieser Stelle, lieber Jannis, liebe Grüße von Stefan, liebe Grüße von Micha, geil, dass du dabei bist. Natürlich, oder? Natürlich, grüßen wir ihn. War auch nicht böse gemeint. Nein, nein, wollte es nur nicht vergessen. Schöne Grüße, natürlich und Jannis ist ein Name, mein Patenkind heißt so, hatte gestern Geburtstag, drei Jahre alt geworden, vielleicht wird auch er irgendwann mal Fan von uns und von unserem Format hier. Deswegen, wir können jeden Fan dementsprechend gut gebrauchen und erst recht die Kleinen. Ähm, Micha, ja, ich habe jetzt keine Folie dafür vorbereitet und wir, ich glaube, wir hauen es jetzt einfach mal so ein bisschen spontan raus. Bevor wir jetzt gleich, natürlich, Leute, es wird heute auch etwas länger eventuell werden, wir tanzen hier gleich noch und wir freuen uns alle, wir besprechen alles rund um die Partie in Meppen. Aber noch ein kleiner Wink zurück und zwar wurde ich mal wieder von der Zebraherde angeschrieben, es gibt ein Kneipenquiz. Mal wieder eine neue Auflage des Kultquizes der Zebraherde und zwar findet das Ganze am 17. September statt und zwar im Hafensturm in Homberg. Und, ähm, ja, da haben wir überlegt, wir beide, was machen wir da, treten wir auch mit einer Truppe an? Nein, schnallt euch an, haltet euch fest, wir treten direkt mit zwei Truppen an. Einmal Team Michael und einmal Team Stefan. Und ab nächster Woche könnt ihr euch hier quasi bewerben, um in unserem Team dabei zu sein. Und Michael, ich verteile, kann ich jetzt schon sagen, ich verteile eine Wildcard. Eine? Ich verteile mindestens eine Wildcard, genau. Hast du dir schon Leute zusammengesucht? Nein, aber das mache ich einfach und zwar, wenn er es jetzt hier hört, dann werde ich jetzt sofort meine, der SV Bootberg ist auch am Start übrigens, schönen Grüße, ist hier bei mir um die Ecke. Ich werde eine Wildcard raushauen und zwar an den lieben Alex Michael, Alexander Elzkamp, der unser Namensgeber für das Zebra des Tages ehemals, ja, ist mit Edeka Elzkamp Zebra des Tages. Von daher haue ich den Alex hier mit in mein Team rein, das heißt, zur Erklärung, insgesamt vier Leute stellt immer ein Team, deswegen bin ich bei zwei von vier. Das heißt, du brauchst noch zwei Leute aus dem Chat? Mhm. Ich bin noch nicht sicher, wie viele ich brauche. Ich haue sogar noch einen raus. Bitte. Der größte Teil der Bierverpflegung wird an dem Abend auch gesponsert, bei meinem Team. Schauen wir mal. Von dir oder was? Ja, schauen wir mal. Wir werden es uns gut gehen lassen, sagen wir es mal so. Pass auf. Jetzt haut er rein, jetzt wieder kontern, jetzt wieder kontern. Ich zahle alles für alle. Bei mir gibt es Koks und Nutten. Nein, Quatsch. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe eine Idee, wen ich da noch in mein Team holen möchte. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich es wirklich mache, ob ich es wirklich frage, ob ich ihn wirklich frage. Also, seht zu, dass ihr euch bewerbt. Und zwar könnt ihr das als Kommentar nächste Woche unter dem Video hier tun. Ist das richtig, Stefan? Können wir machen, ja. Das heißt, es wird diese Woche noch nicht, ja, nächste Woche unter dem YouTube-Video von der Folge nach dem Heimspiel, nee, nach dem Auswärtsspiel in 60 ist es ja dann. Nee, vor dem Heimspiel gegen Oldenburg, genau. Am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Oldenburg, ja, ist das richtig, Stefan? Ja, ja, ja. Finde ich, passt auch ganz gut, weil... Da haben wir keine Review dabei. Genau, da haben wir keine Review, dann machen wir uns ein bisschen gemütlich, dann blicken wir ein bisschen auf Oldenburg und, und, und. Stefan, ohne, ohne dass ich, ohne dass ich jetzt irgendwie deinen Plan durcheinander bringe, wollen wir es nicht so machen, dass die Leute unter diesem Video kommentieren sollen und wir stellen dann in der Preview zu Oldenburg unsere Teams auf. Ja. Dann können wir die Sendung ein bisschen mit unserer, mit, dann nennen wir sie Draft. Ja, wow, dann wechsel, dann schiebe ich die hin und her, dann schiebe ich einen, den ich nicht brauchen kann, schiebe ich dann in dein Team, weil die Spieler haben ja relativ wenig Mitspracherecht in der NBA. Dann schiebe ich den einfach in dein Team, oder? Genau, also bei mir gibt es mindestens einen, der sich über den Kommentar qualifizieren kann, sollte er es jetzt hier hören. Auf jeden Fall will ich den Simon in meinem Team. Und Stoppeking mit Sicherheit. Dein, dein Ziehsohn, also hier, nein, der muss sich auch beweisen. Oh, da, da wird er ganz traurig sein. Jeder muss sich hier bewerben. Ähm, ein, mindestens einen, einen Platz habe ich in meinem Team für, äh, das Quiz. Und, ähm, hörst du mal auf mit Ziehsohn, schreib da im Chat. Ähm, und wir, wir können ja gleich auch dann, wenn wir durch sind mit der Analyse von, von Mappen, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu lang. Wir können ja am Ende nochmal ein bisschen drauf eingehen, was an diesem Tag dann alles passieren könnte. Ja, ja. Na, machen wir auf jeden Fall. Aber sollen wir es so machen? Kommentar unter diese Sendung? Ja, machen wir. Warum seid ihr, warum seid ihr in der Lage, uns bei diesen Teams zu verstärken? Ihr müsst euch auch nicht entscheiden für Stefan oder für Micha. Bewerbt euch einfach, äh, Potbolzer, Quiz, Kandidat, Wildcard für das MSV-Quiz und Stefan und ich draften euch dann für unser Team. Richtig, so kann man es sagen. Und da kommt man natürlich auch wie immer zu unserer geliebten Kategorie Edeka, Elskamp, Zebra des Tages. Und ich sprach ja gerade davon, dass, ähm, ja, ihr uns so, ihr natürlich immer einreichen könnt, aber euch auch ein bisschen darauf verlassen könnt, äh, wenn wir ja hier so reinstellen. Und ich glaube, es ist keine Verwunderung, dass wir heute den guten, äh, Vincent Müller mit seinem Tor aus 80 Metern sensationell hier mit reingenommen haben. Dass Moritz Doppelkamp, ja, wieder mitverantwortlich für den Duisburger Aufwärtstrend, für den Auswärtssieg heute in Meppen, äh, natürlich federführend auch dabei ist. Kaspar Jander, mein Gott, was sollen wir zu ihm sagen, 19 Jahre jung, der Moderator und der Kommentator, wir haben es beide angesprochen, leichtfüßig wie eine Gazelle im Mittelfeld. Und der liebe Baka einfach mal, weil er fast jede Woche mittlerweile es sich verdient hat, dabei zu sein. Und er mir trotzdem heute auch insgesamt wieder gut gefallen hat. Deswegen, Micha, ich werde die Namen mal eben einloggen und du könntest mal eben ganz kurz übernehmen. Mache ich gerne. Ich habe nichts auszusetzen an der Auswahl, Stefan. Das ist schon mal schön. Du hast mich ja diesmal nicht fragen können. Ähm, ich bin aber bei dir, bei der Auswahl. Und, ähm, darf ich eine Meinung äußern oder überlassen wir das komplett? Wir können es ja nachher machen. Okay, pass auf, wir lassen euch abstimmen und am Ende der Sender, am Ende der Sendung, äh, geben wir noch unseren Tipp, beziehungsweise unsere Meinung ab, wer aus unserer Sicht Zebra des Tages werden sollte. Elskamp, Edeka Elskamp, Zebra des Tages. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Ja, damit kann man auch das eine oder andere, äh, Wortspiel hier veranstalten. Ähm, Kaspar mit, mit A-R am Ende, ne? Ist, glaube ich, bei ihm. Ja, und Jan Derre mit E-R. Genau. Wir machen es jetzt einfach mal mit den Spitznamen, beziehungsweise, ja. Ihr wisst schon, wen wir da so meinen. Ja? Genau, äh, ähm, genau. Winnie heißt da, äh, Spitzname. Äh, Stoppel, Kas und Baka. Das sind, sind die Spitznamen. Ja, dann machen wir es beim nächsten Mal nochmal eindeutiger. Ja, und damit ihr aber auch seht, wie sich das Ganze und Micha, und da müssen wir jetzt leider nochmal ran. Mhm. Da ging es ja nicht, ne? Wir haben uns ja am Montag und, äh, auch viele Grüße an die Fans, die am Montag noch, äh, zu Gast waren im Stadion gegen Freiburg. Da wurden wir auch, halt auch schon wieder, äh, von links und von rechts und von oben nach unten. Äh, wir haben aber keine Sendung dazu gehabt. So, und jetzt fehlt noch die Spielnote. Denn, ihr könnt es schon sehen, wir wollen uns ja dieses Jahr transparent mit reinnehmen. Wen haben wir da immer so beim Spieler des Tages gewählt? Also, wir sehen schon auf dem ersten Platz zweimal Müller und zweimal Stoppel. Bei, bei dem Freiburg-Spiel hat es die Community bestimmt, ja. Also, über Instagram hatten wir gefragt, Zebra des Tages. Äh, und, äh, da fehlt uns jetzt aber noch die Spielnote, Michael. Soll ich anfangen? Ich kann auch gerne anfangen. Mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen gegen den SC Freiburg. Das kann ich schon mal sagen. Ja, ähm, wir saßen ja ganz unten, ne? Ganz, ganz unten an der Auslinie, an der Seitenauslinie, äh, fast auf Höhe, ähm, der Trainerbank, ähm, saßen quasi direkt hinter dem Freiburger Coach. Und das ist für mich, äh, eine ganz geile Nummer. Aber für die Analyse des Spiels immer nicht ganz so, ganz so perfekt, ne? Du kannst die ganzen Sachen nicht so gut überblicken, wie du es von oben machen kannst. Deswegen sitzt ja nicht umsonst immer einer oben und ein Trainer unten hat irgendeinen Knopf im Ohr. Also, schwieriger zu entscheiden für mich als die anderen Spiele. Ähm, genauso wie heute auch schwierig zu entscheiden, weil die Kameraführung, muss ich mal sagen, war echt beschissen. Kann ich dir so, äh, heute beim Meppenspiel. So, MSV gegen Freiburg, äh, was habe ich gegeben gegen Essen, eine 7? Äh, boi, da muss ich ja eine 8 geben eigentlich, ne? Ja. Ja, ich gebe eine 8. Genau so hätte ich es nämlich begründet, ähm, unabhängig davon, dass das Spiel jetzt schon ein paar Tage zurückliegt. Aber wenn man sich es einfach mal anschaut, äh, 6,5, erstes Spiel bei dir beispielsweise, da war ich noch ein bisschen härter. Dann haben wir aber beide den MSV sehr, sehr stark gesehen gegen Essen, zumindest über 60, 65 Minuten. Da schon beide mit einer 7 und wenn man es jetzt einfach da als Parameter entnimmt, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, da hast du das Spiel gegen Freiburg komplett runtergespielt, bis zum Ende durchgezogen, hast sogar noch ein Tor mehr erzielt und, ja, 3-1 gewonnen. Von daher bin ich komplett bei dir und gebe 8 und ich nehme schon mal vorweg, das sollte aber nicht, Stand jetzt, Sonntagabend, 21.39 Uhr, die beste Saisonleistung sein. Denn wir wollen ja bekanntlich gleich über was ganz anderes sprechen und das werden wir jetzt nämlich auch tun. Jetzt haben viele, viele Leute da draußen lange gewartet und jetzt wollen wir es natürlich auch umsetzen. Ich gucke mal, dass ich es aufrufen kann und wo haben wir es. Ah, wir nehmen vorher dann doch noch ein anderes Thema mit rein. Der MSV spielt nämlich in Meppen mit folgender Ausstellung dort. Da möchte ich es einfach mal ab sofort mit reinbringen, dass wir ja immer so ein bisschen auch über die Aufstellung sprechen. Und die Umstellung, die es heute gab, Michael, war, dass, ähm, ja, Buhadus von Beginn an ran durfte. Ja, war im Prinzip gar keine Umstellung, ne? War im Prinzip genau die Elf, die, äh, gegen Freiburg gespielt hat nach der Verletzung von, äh, Allah. Ja gut, aber im Vergleich zur, zur Startformation, ne? Genau, ja, ja, genau. Aber war, war im Prinzip dann, äh, die, die Elf hat sich zumindest schon bewiesen über einen längeren Zeitraum gegen Freiburg. Dementsprechend war es die, äh, ja, die logischste und, äh, vielleicht auch die sicherste. Ja, Freiburg hätte ja auch eigentlich zurückkommen können, ne? Genau, dann hätte er aber ein bisschen, hätte er nicht gewusst, wie funktioniert Freiburg auf der Zehn. Das hat er jetzt bei, bei, äh, Ekene und, und, äh, Buhadus hat das gewusst, weil er das Spiel gesehen hat, ne? Ähm, jetzt hat er Freiburg auch am Ende noch die Zehn spielen lassen heute, ne? Ich glaube, er, er wollte erst mal gucken, wie funktionieren die denn überhaupt da alle auf ihren Positionen? Denn Freiburg hat die Zehn meines Wissens noch gar nicht gespielt. Ich will aber auch auf ein ganz bestimmtes Thema hinaus. Und zwar, was für ein Gefühl gibt dir das? Oder jetzt einfach mal so im Verhältnis zu sehen, der MSV zeigt, finde ich, oder auch Thorsten Ziegner zeigt, dass er ein, ein, nicht nur eine Achse, nicht nur ein Gerüst, sondern es scheint so, als ob man eine Stammformation gefunden hat. Also auch das, weil im Intro spreche ich ja gerade an, mein Gott, nach zwei Jahren dieser Leidenzeit, wir, wir sind mal wieder gerade auch, wenn es noch ganz, ganz viel ist, aber für den Moment, ja? Also ich lebe jetzt im Moment auch als MSV Duisburg-Fan. Mir geht es jetzt gerade Sonntagabend nach drei gewonnenen Spielen hintereinander weg, geht es mir jetzt Sonntagabend einfach mal gut. So, und wenn ich dann einfach mal nüchtern auf diese Ausstellung schaue, dann stelle ich fest, ey, da sind einige Ü30-Spieler, ja? Aber die ziehen das so durch. Die laufen oder die schwimmen gerade auch auf dieser Euphorie-Welle mit und dann ist es auch vielleicht gar nicht so entscheidend, ob du alle drei, vier, fünf, sechs Tage mal ein Spiel hast, sondern dann wird einfach Gas gegeben. Die Eingangsfrage war, was mir diese, äh... Nein, hast du auch das Gefühl, dass man jetzt seine Stammformation gefunden hat? Jein. Also es gibt wenig Gründe, das jetzt zu ändern in der Hinrunde, ne? Boadus hat heute für mich auch, was ich von ihm sehr, sehr, sehr selten gesehen habe, richtig stark gegen den Ball gearbeitet, Ballverlust irgendwo am Mittelkreis gehabt und sprintet dann ein bisschen rechts, den Ball wieder zurück zu erobern. Das ist für mich ein absolutes Zeichen. Okay, Trainer, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Wir sind hier elf, ich arbeite jetzt, so wie du mir das sagst, denn ich weiß ganz genau, wenn ich das nicht tue, spiele ich nicht. Das hat Ziegner ihm ja schon bewiesen, dass er nicht unbedingt spielt. Oder ist es eher so, ja gut, jetzt wenn es läuft, dann gebe ich auch mehr Gas. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, dass er Angst hat, seinen Platz wieder zu verlieren. Okay. Und ist aber auch reine Hypothese, ne? Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Das ist ein reines von außen Betrachten. Wie gesagt, Lob an Assis Bouhadous, wie er heute gearbeitet hat. Finde ich super. Ajani arbeitet unglaublich viel. Ja, ich kann dir auch niemanden sagen, der nicht viel arbeitet. Muss ich ganz ehrlich sagen, keiner in dieser Mannschaft hat nicht gearbeitet. Ajani hat immer noch, sorry Stefan, wenn ich es so deutlich sage, Ajani hat ein Problem mit dem Ball. Ajani hat ein Problem mit dem Ball. Der Ball fliegt nicht dahin, wo Ajani den Ball hinhaben möchte. Der Pass kommt nicht da an, wo Ajani den Pass hinhaben möchte. Ajani ist kein Freund vom Runden. Ajani ist aber jemand, der seine Rolle gegen den Ball hervorragend ausübt. Und das ist der Grund, warum, und natürlich vielleicht die fehlende Fitness noch, der Grund, warum Ajani für mich kein Streichkandidat gegenüber Hetwa ist. Weil er eben gut Ack hat. Und wir haben Vorbereitungen dann hauptsächlich eben über andere. Heute auch wieder eine gute Reingabe von Bitter. Dann kommt die Reingabe zum 1-0 von Stoppel von der anderen Seite. Also du brauchst nicht unbedingt die Ajani-Flanken. Dementsprechend kriegst du es im Moment ganz gut ersetzt mit dem Ball. Aber, und jetzt kommen wir dazu, wenn wir noch jemanden hätten für die Zentrale, jemand, der wirklich heraussticht, was Chancenverwertung angeht, Zielspieler, dann für mich Ajani der erste Streichkandidat, weil dann Ekene über rechts kommen würde in meinen Augen. Wenn du jemanden hättest, der zentral wirklich nochmal einen draufsetzen würde, nehmen wir mal als Beispiel, ich mag ihn nicht und er hat heute auch nicht getroffen, außer die Latte, nehmen wir mal Poirier als Beispiel. So, wenn man jemanden von der Leistungsfähigkeit von Poirier noch zusätzlich hätte, dann hast du nochmal eine Veränderung vielleicht, so eine leichte Veränderung in der Stammelf. Aber wenn du mich fragst, was ich für ein Gefühl habe, ich habe ein bisschen Angst, Stefan. Ich habe ein bisschen Angst vor Verletzungen in der Defensive. Sag mir mal einen Ersatz für Bitter. Und sag mir mal einen Ersatz, wenn zwei Innenverteidiger mal ausfallen gleichzeitig. So, auf der Sechs, auf der Acht haben wir drei gute. Ja, kannst du mit Frei, Baka, Janda, kannst du immer einen reinschieben, wenn einer ausfällt, alles gut. Auf der Zehn haben wir keinen Stress. Auf den Außenpositionen weiß ich noch nicht, was ich von wild halten soll, wenn Außen mal Stoppel wegbricht. Ja, Push ist kein Außenspieler, deswegen auf der Zehn haben wir kein Problem. Auf der anderen Seite haben wir ein Problem, wenn Ajani und Hetwa ausfallen würden, müsste Ekene außen spielen. Dann hast du wieder in der Mitte ein zu wenig, also uns fehlt es in der Breite. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn der erste Anzug durchspielt, dann habe ich kein Problem. Aber, achso, Stierlin habe ich auch noch vergessen, stimmt, auf der Sechs, sorry. Nicht nur Frei, auch noch Stierlin. Aber Stefan, vergiss nicht, Sänger kam nach einer langen Verletzung zu uns. Mai kam nach einer langen Verletzung zu uns. Bitter kam nach einer langen, schweren Verletzung wieder langsam in Tritt. Der hat mich heute teilweise an den Bitter von 2019 erinnert. Das ist alles nicht prädestiniert für, ich spiele 38 Spiele. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Ja, erstmal schönen Dank an 250 Leute jetzt gerade live. Also der MSV, der zieht, der polarisiert und der geht gerade steil durch die Decke. Ist vielleicht gerade so auf die letzten drei Spiele bezogen mit der Mannschaft der Stunde in der dritten Liga. Wir wollen es natürlich jetzt nicht allgemein zu hoch hängen. Aber du hast natürlich jetzt ganz, ganz viele Punkte genannt. Da möchte ich nochmal bei dem einen oder anderen so ein bisschen drauf eingehen. Und danach starten wir natürlich komplett hier rein. Punkt eins, die These zu Ajani kann ich komplett unterschreiben. Also bin ich schon froh, dass viele Leute es hier reingeschrieben haben. Und dass du es gerade auch nochmal angesprochen hast. Also wenn ich irgendwie so einen Minuspunkt heute geben würde, dann würde ich Ajani zumindest im Offensivdrang dort mal mit einbeziehen. Weil, also sorry, Flanken hinter das Tor unbedrängt, Abspielfehler, Ballverluste, Wahnsinn. Das ist mit Sicherheit noch steigungsfähig. Auch wenn er, wie gesagt, sehr, sehr viel Ack hat. Das muss man ihm dann natürlich immer wieder zugutehalten und ansprechen. Ich teile nicht komplett die Meinung, dass ich Ikene sogar auf rechts sehen würde. Mir gefällt er wirklich, und das habe ich ja auch schon jetzt des Öfteren gesagt, mir gefällt er wirklich vorne auch zentraler so mehr da drin. Ist wirklich diese, diese Robustu und er hat ja auch einen Körper, ne? Und dieses trotzdem in der Mitte dann für Löcher und Anspielstationen und viel, viel agiler. Also ich glaube auch für Abwehrspieler. Du musst dir das mal vorstellen, der hat heute gegen die Mepner und da hast du so einen Puttkammer, der ist schon etwas älter, der ist auch ein bisschen steiver, so gefühlt. Zu dem kommen wir noch. Dann kommt so, ja, den kommen wir gleich noch. Der hatte noch seinen Auftritt beim 2-0. Die Stillkröte hat er nämlich da gemacht. Und dann hast du einen Ikene, ne? Der wirklich da reingeht, auch in die Räume, in die Gasse. Und das gefällt mir wirklich richtig gut. Absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Auf rechts, weiß ich nicht. Und der dritte Punkt, Micha, natürlich, hör mal, wir müssen hier drei Kreuze machen. Von mir aus auch 100 Kreuze, dass mit Sänger und mit Mai alles gut ist. Ja, aber es wird mit Sicherheit die ein oder andere Gelbsperre demnächst mal geben. Du weißt noch, am Montag haben wir darüber debattiert und diskutiert. Er kann gegen 60 spielen, er kann gegen 60 spielen, er kann nur noch auf 4 kommen. Ja, es sei denn, jetzt holt er sich die Gelb-Rote ab. Oh, okay, drei Markenholz. Ich bin aber so euphorisiert oder so auch gerade befangen von diesem ganzen Thema. Ich glaube sogar, dass wenn der ein oder andere mal fehlt, von mir aus auch hinten, dass das durch diese aktuelle Situation eher aufgefangen wird. Beispielsweise mit einem Fleckstein, der vielleicht mal reinkommt für einen Sänger. Wenn, okay, Fälscher hinten rechts ist wirklich so eine Achillesferse, da gebe ich die recht. Genauso wie hinten links, da haben wir dann das Problem. Ich glaube aber trotzdem, insgesamt fast bis auf zwei, drei Spieler kannst du es im Moment kompensieren, weil auch die, die reinkommen, machen es ja regelmäßig ordentlich bis gut. Und das traue ich denen dann auch mal von Anfang an zu. Du hast es halt gesehen in den letzten Jahren, wenn es schlecht generell läuft und dann müssen dann Leute die Kohlen aus dem Feuer holen, dann tun die sich halt auch immer schwierig. Aber in einem gesunden Gebilde, mit einer Euphorie, mit einem Plan vom Trainer, ja, und du auch selber gerade Bock hast, du hast es ja angesprochen, ein Boa Dues, dem ist jetzt klar, worum es geht. Das Bild hier, der Andreas hat auch gerade gefragt, ja, kommen wir gleich zu dem Bild. Ja, Alabaq hier, yay, dieser Sieg war für dich. Ja, das zeigt, da wächst was zusammen. Und dann kommen auch Leute, die vielleicht im zweiten Glied gerade standen, einfach mal rein und bringen auch ihre Leistung. Deswegen glaube ich, dass jeder Einzelne davon profitiert. Und wenn es dann so sein sollte, dass jemand mal für 90 Minuten ran muss, der vielleicht jetzt in den letzten Wochen eher nur von der Bank kam, dann habe ich im Moment jetzt gerade mal weniger Bedenken. Aber ich gebe dir natürlich recht, das liest sich auch von der Statistik her aktuell sehr, sehr souverän, was unser Abwehrverbund dort hinten leistet. Von daher, Daumen hoch, kommen jetzt aber zum Spiel. Denn, hey, wir sind hier fast bei 300 Leuten insgesamt. Und es ist eine Wahnsinnstimmung, alle euphorisiert, wir merken das hier. Und der MSV gewinnt also in Meppen. Wir wollen aber mal natürlich wie immer mit der ersten Halbzeit anfangen. Und zwar 9.500 Zuschauer knapp, also 9.400 in Meppen in der Hinch-Arena. Vom MSV so 1.500 bis 2.000 Zuschauer munkelt man. Also wieder klasse Stimmung, wieder viele, viele Fans den Weg dort mit auf sich genommen, klasse Stimmung dort verbreitet. Wie soll es auch anders sein? Tolles Wetter, tolle Kulisse insgesamt. Also im Vorfeld wurde auch davon gesprochen, bei den Kollegen bei Magenta am Mikrofon, hey, enge Stadion, da waren die dann vorher noch an der Würstchenbude am Bierstand da. Aber also auch sehr, sehr euphorisiert. Haben ja auch das ein oder andere geile Heimspiel in der letzten Zeit abgerissen. Also gerade Puriere, da sprachst du an, Abita, Atiba, wie ist er nochmal? Was? Warte mal jetzt. Abifade. Abifade, genau. Also beide mit drei Toren in zwei verschiedenen Heimspielen. Und ja, es sollte am Anfang so ein bisschen sein, es ging hin und her. Es war jetzt auf beiden Seiten schon Drang, nach vorne zu verspüren. Trotzdem immer noch so mit so vielen Ballverlusten auf beiden Seiten, fand ich. Also es war so ein bisschen fahrig, aber du konntest schon erkennen, dass beide Bock hatten und dass beide nach vorne gespielt haben. So auch der MSV mit der einordnen Möglichkeit, ich kann mich an Stoppelkamp erinnern aus der Distanz. Und dann sollte es aber mit zunehmender Spieldauer so sein. So empfand ich das zumindest. Dass man sich dort teilweise festsetzen konnte am gegnerischen 16er. Du hattest sehr, sehr viel Ballbesitz. Es war jetzt auch nicht so, dass Meppen, glaube ich, dort großen Druck ausgeübt hat. Man hatte schon das Gefühl, dass sie uns dort ein bisschen spielen und kombinieren lassen. Und es war halt auch wirklich sehr, sehr viel mit Bedacht, wie man so schön sagt. Backalords und Yanda aus der Mitte heraus immer wieder schön mit Ballverlagerungen auf die Seiten, auf die Außen. Stoppel dann mit seinen Haken, wie man ihn kennt. Und auf der anderen Seite wirklich bitter, das hast du gerade auch angesprochen, sehr, sehr viel Vorwärtsdrang. Adjani aktiv dort, zumindest aktiv. Und ja, dann war es aber soweit. Und zwar in der 35. Minute, Michael. Du kannst ja mal aus deiner Perspektive erzählen, wie du das Tor wahrgenommen hast. Ja, Ballgewinn, ungefähr der 796. Ballgewinn von Kaspar Yanda. In der wirklich gefährlichen Zone, auf wirklich, ich weiß nicht, 20, 25 Meter vorm Tor. Und dann geht der Ball über links, auf Stoppel, über Umweg. Ich glaube, Backer spielt den Ball, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es einmal gesehen, sorry, ich habe es mir nicht ein paar Mal angeguckt oder aufgeschrieben, weil ich gerade erst kurz vor dem Podcast das Spiel durch hatte. Ich meine, es war Backer, der dann auf Stoppel spielt. Und Stoppel spielt den Ball stark nach innen. Aziz verpasst den Ball, allerdings touchiert er ihn knapp. Und dadurch kriegt er dann genau den Winkel auf den Oberschenkel vom Verteidiger. Starker Ball von Stoppel, so gespielt, dass der Torwart nicht eingreifen kann. Und ja, Tor. Tor, ja, ja, Tor. Aber wie gesagt, stark, wie gesagt, wir haben relativ wenig, muss man sagen. Das ist so, wenn man irgendwas Negatives finden möchte an der momentanen Situation. Wir haben es jetzt gut über die Bühne bekommen. Meppen hat nicht wirklich viele Chancen gehabt. Aber das Ballbesitzspiel ist bei uns noch nicht das Stärkste. Das 1-0 fällt aus dem Ballverlust von Meppen, nicht aus einem Ballbesitz von uns. Und so fallen im Prinzip, gut, das 2-0 kannst du sowieso abhaken, aber auch das 3-0 fällt aus dem Ballgewinn hinten. Ich glaube, bitter war es, kommen wir gleich noch zu. Aber wir erzielen unsere Tore fast nur aus Ballgewinnen. So, das ist gut, dass wir da wirklich zielstrebig sind, wenn wir den Ball erobern. Aber die Ideen mit dem Ball, wenn wir den Ball mal von hinten rausspielen, das ist das Einzige, was noch fehlt. Und das ist das, was du vermutlich auch noch, Ballsicherheit und so weiter, echt noch verbessern musst, um gegen richtig gute Gegner wie 1860 in zwei Wochen zu gestehen. Definitiv. Und für mich nochmal erwähnenswert, dass es wirklich so ein typisches Stoppelkamp-Vorbereitungstor war. Also, er mit seinen Haken auf der linken Seite, links, rechts, rechts, links, kommst du ja gar nicht so richtig hinterher, so hast du das Gefühl. Bringt also auch dort die Flanke hinein mit links. Wie du es schon sagtest, Assis macht den Anschein dort, dass er dort nochmal ein bisschen für Unruhe stiftet. Er will auch einen Elfmeter haben, glaube ich. Ja, ja, und kommt nicht richtig ran und dementsprechend Pädel dort also mit dem 0 zu 1, mit dem Eigentor und ja, war trotzdem natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch letztendlich stark für uns, dass wir dort mit 0, ich sehe es gerade nochmal im Hintergrund, warte mal. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Er hat gar nicht die Haken geschlagen. Jetzt musste ich das mal korrigieren, denn Stoppel geht mal wirklich geradlinig die Linie runter. Überhaupt schon. Er hat gar keinen Haken geschlagen und hat direkt mal, also auch das ist ja vielleicht auch noch diese Besonderheit in seinem Spiel, dass er wirklich auch dort mal die Möglichkeit hat, nicht seinen Move, seinen Standard-Move durchzuziehen, sondern wirklich mal geradlinig durchläuft. Also der ist ja im Moment wirklich wie ausgewechselt, von daher 0 zu 1. Und dann gab es einen Ballverlust von unserem Kollegen Adjani, kurz vor der Halbzeit noch, denn eigentlich hatte ich so das Gefühl, der MSV scheint so in dem Moment gefestigt zu sein, schon jetzt wirklich auch mal zu sagen, so, ich glaube, es gab insgesamt zwei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte, dass man dort so gefestigt ist, dass man das jetzt wirklich mal von der Uhr nimmt und mit 1 zu 1 in die Halbzeit geht. Dann gab es aber einen relativ einfachen Ballverlust in der gegnerischen Hälfte. Das Problem war, dass Baka sehr, sehr weit mit aufgerückt war, dass Bitter auf der rechten Seite dann halt mehr oder weniger auch alleine stand, den entscheidenden Schritt dann auf Höhe der Mittellinie zu spät kam. Der Ball dann auf Poirier über die Mitte nach vorne gespielt, auf Poirier gespielt wurde und der dann halt mit der Körpertäuschung an Sebastian Mai, natürlich mit Speed-Vorteil dann in dem Fall, weil er ja in dem Vorwärtsgang sich befindet schon, an ihm vorbeigeht und dann aus sehr zentraler Position halt gegen die Latte nagelt. Also da hatten wir echt nochmal Schwein, weil, ne, also so wirklich mit dem Halbzeitpfiff mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit zu gehen, das wäre jetzt wirklich so ein bisschen ungünstiger gewesen, zumal man wirklich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass Meppen da jetzt gerade ein Feuerwerk abbrennt und da vielleicht in dem Moment nochmal ein bisschen cleverer sein, weil irgendwann kommen auch wieder mal Spiele, da werden solche Dinge mal wieder bestraft, deswegen würde ich mir dort noch ein bisschen mehr Routine, ein bisschen mehr Abgezocktheit, vielleicht auch einfach mal halten, so hey, wenn man weiß, hey, pfeift jetzt gleich ab. Das ist das, was ich meine, dass du mit dem Ball das Ding einfach, genau, dass du mit dem Ball das Ding einfach dominieren kannst, ne, so weit sind wir noch nicht und das Ding dann einfach mal wirklich auszuspielen und Meppen hat jetzt wirklich nicht mehr ganz hoch angelaufen. Am Anfang haben sie es mal ein paar Mal gemacht, so und wenn du dann den Ballverlust von Arjani nimmst, dann hast du eben auch noch so eine Restverteidigung, die nicht wirklich so gut ist, weil dann eben, dann fehlt, weil wir noch in der Angriffsposition uns befinden, hast du genau gesehen bei dem Pass von, weiß ich nicht, wer es war, der dann gegen Bitter rennt, der Pass auf Poirier, da hast du halt ganz genau gesehen, da ist Jan da und da ist Baka noch ganz woanders, weil die gar nicht damit rechnen, verteidigen zu müssen. So, die Restverteidigung ist nicht vorhanden und dann ist Mai die ärmste Sau, muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn er mit Tempo auf ihn zuläuft, keine Frage. So, dann haben wir noch Glück, dass der Kopfball nicht reingeht, der von der Latte, ne, wir haben in der 15 Minute, hatten wir auch richtig Glück, ne, dass das Ding nicht reingeht. Also, wir hatten so ein bisschen Schein, dass das Ding in unsere Richtung fällt in der ersten Halbzeit. Äh, 15. Minute kann es 1-0 stehen, das Ding geht ans Außennetz vom Abifade. Äh, und dann, äh, wie gesagt, 1-1 in der Pause, dann läuft es vielleicht auch nochmal anders. Wie gesagt, äh, hätte wäre wenn, aber wir haben dann nach diesem Lattenschuss gar nichts mehr zugelassen. Richtig, und wir können es ja einfach auch, weil wir es jetzt ein paar Mal angesprochen haben, wir hatten auch immer wieder mal ein bisschen hier und ein bisschen da Glück, das musst du dir natürlich erarbeiten. Und Stoppel hat es ja nach dem Spiel gesagt, in den letzten zwei Jahren, oder sprich auch letzte Saison, da wäre das noch gegen uns gelaufen. Da hätten wir solche Tore kassiert, vermeintlich schon. Ja, und da hätten wir das halt auch nicht gehabt, weil man muss jetzt auch einfach mal, wenn man es jetzt schwarz auf weiß dort sieht und liest, hey, der SV Meppen hat ein Eigentor gemacht, Vincent Müller macht ein Tor aus 80 Metern und, äh, ein Elfmeter. So, das klingt jetzt nicht so, dass, äh, irgendwie, äh, mega, wir, wir, wenn wir es jetzt analysieren, werden natürlich auch gleich, wenn wir es auf, aufs dritte Tor beispielsweise zu sprechen kommen, werden natürlich die Entstehungsgeschichte dahinter sehen, sodass wir dann natürlich sagen, äh, dass es trotzdem auf seine gewisse Weise, äh, herausgespielt war, ne, beispielsweise, also erst mal der Weg dahin zum Tor. Nur, nur wenn der, der reine Statistikfreund sich das jetzt mal hier so anschauen würde, der würde sagen, ja gut, ein Eigentor, ein Elfmeter und ein Torwarttor, das ist ja, äh, kurios. Und ich will damit einfach nur sagen, dass das Momentum gerade für uns spricht, dass, ähm, viele Dinge auch zusammenlaufen, der Lattenschuss geht dann halt in dem Fall nicht rein, ne, also es passt jetzt gerade so insgesamt mal für den Moment, wurde gemerkt. Und, ähm, jetzt will ich aber trotzdem aufs 2-0, äh, äh, zu sprechen kommen. Ja, ganz kurz, darfst du sofort, ich stimme dir einmal kurz zu, ähm, denn, äh, du hast was richtig, richtig, richtiges gesagt, denn, ähm, unsere beste Chance heute, wir haben 3-0 gewonnen, aber unsere beste Chance im gesamten Spiel, wenn man ehrlich ist, war der Kopfball von Adjani. Ne, also, äh, und dann hab, als du gerade sagtest, wir hatten ein Eigentor, äh, das Ding von, von Müller und dann noch ein Elfmeter, hab ich mir überlegt, warte mal, Abschlusschancen, lass mich mal überlegen. Ähm, erster Halbzeit, ein Schuss von Stoppel, der überhaupt nicht gefährlich war, äh, und der Kopfball von Adjani, so, jetzt hilf mir mal, was hatten wir in der zweiten Halbzeit neben den 2 Toren noch für Torabschlüsse? So, und, und bei Meppen fallen mir in der ersten Halbzeit schon 2 Dicke ein, ne, also, äh, das Ding kann anders laufen, und ja, liebe Leute, hätte, hätte, Fahrradkette, aber unsere Aufgabe, und ich seh meine Aufgabe so ein bisschen darin, auch das Spielerische zu analysieren, äh, ist jetzt nicht zu sagen, alles super, sondern auch zu, äh, äh, zu sagen, Achtung, Achtung, 3-0 kann auch täuschen. Ich mein, die haben letzte Woche 6-2 gewonnen. So, das hat mit Sicherheit die Meppenau getäuscht, ne, aufpassen. Genau, und ich lasse es gerade nochmal im Hintergrund bei mir laufen, nur zur Erklärung. Kennst du eigentlich noch die Entstehungsgeschichte zum Freistoß? Der Ellenbogenschlag, in Anführungsstrichen, gegen Stoppel, weil es war nämlich für mich gar kein Foul. Ja, und ich dachte mir noch, in der Situation, ne, auch wenn Stoppel jetzt gerade over the top ist, warum geht der hinten links, mehr oder weniger? Ins Sprintduell. Ins Sprintduell, und knallt der Ding nicht, oder spielt es irgendwie anders heraus, mit Mirnes Pepic, der uns natürlich in dem Fall den Assist auflegt. Wer hätte das schon gedacht, dass der Mirnes nochmal wichtig werden würde? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, aber egal. War natürlich jetzt kein Ellenbogenschlag, sondern, äh, ja, die Hand hat da natürlich trotzdem nichts zu suchen, aber jeder, der schon... Ja, weiß ich nicht. Also, ja, so Dinge gibt es ganz oft, wenn Stoppel da nicht fällt, dann sieht er kein Mensch. Nein, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass es einfach zum Geschäft gehört. Aber, ich dachte mir in dem Moment, warum geht der da hinten links einfach so ins Sprintduell? Okay, holt dementsprechend einen Freistoß raus, alle können sich positionieren, der MSV also auf dem Weg in die gegnerische Hälfte. Und da denkt sich Vincent Müller, ja, ich such da mal irgendwo in der Richtung Ekene, Buhadus, such ich da mal irgendjemanden mit einem etwas, in der Kreisliga C würde man jetzt sagen, Langholz, äh, mit einem Ball und dann hat man mit Sicherheit schon mal das ein oder andere Mal gesehen, du bist ja auch so ein bisschen Fußballhistoriker, äh, über Freund und Feind hinweg, also über angesprochenen Puttkammer, der sagt, oder der sich denkt, vielleicht hört er aber auch was von hinten, der den Ball dann unterläuft, durchlässt dementsprechend und dann der Ball aufsetzt und der Torwart sich in dem Moment denkt, ach du Scheiße, der wird ja dann doch irgendwie schneller als gedacht und der ist dann, der springt auch noch höher, reckt dich mit einer Hand, hat keine Möglichkeit, schaut dem Ball hinterher und dann ist Vincent Müller der gefeierte Held, denn ob es jetzt 70, 75 oder 80 Meter waren, der Torwart des MSV schießt ein Tor aus der eigenen Hälfte. 2 zu 0. Ja, der Innenverteidiger, ähm, tut so, als ob er zum Kopfball geht und, äh, will damit Ekene quasi ganz überraschen, dass er doch nicht hingeht, aber überrascht hat er seinen eigenen Torwart, ne, äh, der hätte sich mit Sicherheit ganz anders hingestellt, wenn er nicht so getan hätte, als ob er zum Kopfball geht und so wie ich gerade hier lese im Chat, Stefan, Captain Three Energy oder Captain Energy hat wohl einer bei uns im Chat das Trikot von Vincent Müller heute gefangen. Ach, hör mir auf, ehrlich? Wollen wir dieses Trikot nicht für einen guten Zweck? Quatsch, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, das wär's. Da kommen wir gleich übrigens noch mal auf unsere Trikot, ähm, Geschichte zurück, das haben wir noch gar nicht gemacht, aber wir wollen die Leute ja auch nicht, äh, zu sehr, ähm, langweilen, jede Woche. Aber auch ihr habt natürlich bei uns die Möglichkeit, einmal noch das Bitter- und das Knolltrikot zu gewinnen, also bitte noch bis zum Ende des Monats mitmachen, zweieinhalb Folgen habt ihr noch die Möglichkeit und, ja, Vincent Müller, also, da werden wir mit Sicherheit kein Geheimnis draus machen, Michael, dass das mit Sicherheit zum Tor des Monats nominiert wird, zum Tor des Monats August. Also, Leute, wenn's da irgendwie demnächst mal was in der Sportshow zum Abstimmen gibt, dann werdet ihr es auch bei uns hier auf dem, ähm, Kanal erfahren. Also, Vincent Müller, und jetzt schneide ich an, Michael, mit seinem ersten Saisontor. Mal gucken, wie weit es für ihn noch nach vorne geht. Also, ich find das, ich find das ein bisschen wenig, äh, nach, nach so vielen Spielen, äh, fünfter Spieltag erst ein Tor, was los, Vini? Ist auch aktuell zum, äh, Edeka-Elskamp-Zebra des Tages zur Abstimmung freigegeben. Schon fast 200 Stimmen, also, Leute, haut kräftig in die Tasten rein. Und, ja, die Vorentscheidung, äh, ich glaube auch mit dem 2-0 wäre da nicht mehr großartig, was passiert, aber dann, ja, zwei Minuten später, Der Stoppelkamp auf dem linken Flügel, ähm, ja, in seiner altbekannten Manier geht dann dort ins Dribbling, ins 1 gegen 1, sogar ins 1 gegen 2, also, äh, da waren dann dementsprechend sogar zwei Gegenspieler vor ihm. Also, einmal auch wieder Puttkammer, der aber ein bisschen weiter weg, und dann haben wir den Rechtsverteidiger, namentlich Sekunde, Balmatt, der sich dann auch noch beschwert oder denkt, äh, warum, wieso, weshalb, und, äh, auch noch zur Stoppelkamp hingeht und sagt, hör mal, kannst du nicht mal mit dem Schiri quatschen, das war doch nix oder so, so hatte ich das Gefühl, dass es so ein bisschen war, aber, hey, Junge, mitten auf der Linie zum 16-Meter-Raum, ganz klar getroffen, ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren, und... Nee, ich möchte ganz, ganz kurz, äh, Kevin Denker, hab, sag ich jedes Mal irgendwie, irgendwas ist nicht, also, natürlich ein klarer Elfmeter, er trifft ihn halt, ne, so, dass er, dass er, wenn er, äh, wenn er nicht im 16er steht, nicht fällt, steht auf dem anderen Blatt, ne, wenn er, wenn er außerhalb des 16ers ist, dann, dann lässt er sich da nicht fallen, und dann schießt er drauf, aber im 16er geht er halt runter, aber es ist halt ein Elfmeter, ganz klar. Ja, ganz klares, äh, Foul an dieser Stelle, und der Elfmeter, ja, mit einem Selbstverständnis, das haben wir auch vor, äh, von Stoppelkamp mal vor ein, zwei Jahren anders gesehen, Michael, du wirst dich erinnern, wo er dann, äh, verschossen hat, wo er dann auch danach, äh, den Ball immer weitergereicht hat, an Boadus beispielsweise, oder an, an Ademi, daran kann ich mich sogar noch erinnern, ähm, mittlerweile, hey, ich bin's hier, der Moritz aus Duisburg, ich nehm den Ball, und ich wämst das Ding unten links rein, äh, dementsprechend, äh, Deckel drauf, 3 zu 0, und von da an war es, glaube ich, mehr oder weniger so ein Ding, was runtergespielt wurde, verwaltet wurde, der MSV hat die Möglichkeit genutzt, beziehungsweise Thorsten Ziegner hat die Möglichkeit genutzt, um dort einigen Leuten auch noch mal, ähm, zumindest ein paar Minuten Spielzeit zu geben, es kam unter anderem Mann und Frei für Ikene, Push für Adjani, Hetwar für Boadus, König für Stoppelkamp, und Wild für Bacalords, dementsprechend nur, ähm, Defensivkräfte, die dort nicht zum Einsatz kamen, mit Fleckstein, Gimbalis und Stirlin, und ich glaube, das tut der gesamten Mannschaft extrem gut, dass dort so viele wie möglich noch mal ein paar Minuten bekommen haben, dass das Gemeinschaftsgefüge gestärkt wurde, dass jeder seinen Anteil daran hatte, dass, äh, der eine oder andere mit einer gelben Karte vielleicht geschont wurde, oder auch der eine oder andere, der sehr, sehr viel Spielzeit in den Knochen hat, und dass natürlich ein Spieler wie Stoppelkamp in der 86. Minute mehr oder weniger, wie würde Lothar Matthäus jetzt sagen, Standing Ovation bekommt? Aber super, super, super. Brillant. Brillant. Der Stoppel, der Stoppelkamp, brillant. Ja. Könnte man es noch anders zusammenfassen? Du hast das hervorragend gemacht. Ja. Also, dass wir heute Abend hier kein Bier, doch, du hast ein Bier, ne? Ich hab ein Bier, hallo? Mann, ey, ich hab nur so einen Energy Drink. Aber ich hab mich auf eine lange und coole Sendung vorbereitet, von daher. Wir können ja, wie gesagt, liebe Leute, gleich, ich sag's schon mal, wenn wir, äh, alle wichtigsten Sachen zum Spieltag durchhaben, sprechen wir noch ein bisschen frei von der Seele über den Abend des Quiz. Genau. Und wir werden gleich auch noch mal, wenn wir den offiziellen Podcast beschließen, dann machen wir den Stream noch mal zehn Minuten länger, und dann können wir ja noch mal, weiß ich, der eine oder andere Fan das ja auch gewünscht hat, das wäre sowieso meine Anmerkung, Michael, dann werden wir es hier noch mal so ein bisschen mehr mit, ihr könnt uns Sachen fragen, wir gehen dann auf die Punkte noch mal ein, so ein bisschen, äh, die offizielle Folge wird dann beendet, für die, äh, Podcast-Zuhörer ist es dann gewesen, ich glaub, da pinnen wir uns sowieso jede Woche bei einer Stunde ungefähr ein, das ist ganz gut. Und wenn... Aber noch mal zehn Minuten Fragen beantworten am Ende. Genau, genau. Und wenn der Stream ein bisschen länger geht, dann geben wir dementsprechend hier auf die Geschichten so ein. Der MSV gewinnt also 3 zu 0 beim SV Meppen, Wer hätte das vorher gedacht? Ich glaub, das hätten wir alle so gern genommen und unterschrieben. Und Michael, wenn wir natürlich jetzt zu unseren Lieblingsrubriken kommen, äh, Spieler des Tages, dann darf es natürlich aber auch eine Kategorie nicht geben, die fehlen darf, und zwar diese hier. Und deswegen, der Andreas, der hat sich gewünscht, nehmen wir natürlich auch dieses Bild. Ähm, natürlich in erster Linie immer Spielszenen, äh, bei der Spielnote, die dort hinterlegt sind. Heute allerdings mal das Bild von, mit der, mit der Neuen drauf, ähm, also mit der Auswechseltafel, ja, zu, zu Ehren von Alabaq hier alle, wenn du uns jetzt gerade auch mal zufälligerweise sehen solltest. Wir wünschen dir hier vom gesamten Team natürlich auch alles Gute, dass du schnell wieder auf dem Platz stehst. Gott sei Dank zumindest kein Kreuzbandriss. Es ist ein Meniskusriss, glaub ich, ne? Ja, ich glaub, Innenmeniskus, ja. Genau, und, äh, es wird so drei Monate attestiert. Jetzt, äh, wird's dann ja natürlich auch dementsprechend irgendwann eine Winterpause geben. Deswegen denken wir und begrüßen dich mit Sicherheit hoffentlich dann zur Rückrunde wieder zurück beim MSV. Bis dahin, äh, haben wir eh alles gewonnen, dann kannst du dich da eingliedern. Nein, soweit sind wir nicht. Aber so viel an dieser Stelle mal, äh, Glückwünsche, beziehungsweise Genesungswünsche gehen an den Aller raus. Und wir sehen schon, es scheint sich eine Truppe zu bilden beim MSV Duisburg. Es scheint gute Stimmung zu herrschen, Michael. Und deswegen müssen wir auch dementsprechend natürlich eine Spielnote für dieses Spiel verteilen. Und wir haben's vorhin gesehen, höchstnotig, kannst du noch mal raussuchen, kannst du zumindest versuchen, noch mal rauszusuchen, was wir bislang so vergeben haben. Und die Leute können's ja jetzt auch hier mal in den Chat schreiben. Ich glaube, 8 gegen Freiburg war das Höchste. Ja, die Leute können's ja mal hier reinschreiben. Leute, was würdet ihr verteilen? Jetzt sieht man uns nicht, das ist schlecht. Ach, das ist nicht schlimm, wir schalten dann gleich wieder um. Genau, da, da könnt ihr's noch mal sehen. Freiburg war 8, das müssen wir natürlich noch nachtragen, weil es nicht vorbereitet war. Aber zack, da sind wir wieder. Und ja, hier ist so die Meinung zwischen 7,5 und 9, glaube ich, ist alles dabei. Ja, also zu diesem Kabinenfoto finde ich super. Solche Sachen finde ich sehr, sehr wichtig. Wäre vermutlich letztes Jahr bei einer schweren Verletzung nicht passiert, so ein Bild. Hat natürlich auch was mit Erfolg zu tun. Ich hoffe, dass dieses Teambuilding, was Thorsten Ziegner über die Monate jetzt geschafft hat und was die Mannschaft selbst auch geschafft hat, dass das auch Misserfolge übersteht. Das wissen wir noch nicht. Drei Spiele in Folge verlieren, mal gucken, wie dann die Stimmung in der Kabine so ist. Ich hoffe, noch genauso gut wie jetzt. Ich muss es ein bisschen enger machen, Stefan. Ich bin jetzt bei 8 Punkten gegen Freiburg gelandet. Ich muss jetzt kleinere Schritte gehen, denn wir sind beim Spiel gegen Freiburg noch weit von der Perfektion entfernt. Aber jetzt fang nicht an mit 2,5 oder sowas. Nein, aber ich kann keine 9 geben, weil ich sehe heute auch noch ein bisschen Luft zum perfekten Spiel. Und deswegen gebe ich heute aufgrund der Kuriosität und der ungefährdeten Gesamtsituation in der zweiten Halbzeit eine 8,5. Ich gebe dir grundsätzlich komplett recht. Und ich meine, müssen wir ja auch mal fair sein oder die Kirche im Dorf lassen. Ob man da heute eine 8,5 oder eine 9 gibt, da sind wir ja nicht meilenweit von entfernt oder auseinander. Aber wenn man mal betrachtet, ich glaube, gegen Essen habe ich eine 6,5 gegeben bei einem Heimspiel, wo wir eine 2-0-Führung mit einem 2-2 beenden. Dann haben wir eine 7 gegeben gegen Freiburg. Ne, eine 8 gegen Freiburg. Ja, wegen des vorherigen maximalen Punktes. Und für mich war das heute daran gemessen, dass es ja im Vorfeld dann doch schon eine komplizierte Partie sein sollte. Tut man sich immer so ein bisschen schwer. Schwierig. Ich glaube, aufgrund dessen, dass es gerade mit der ganzen Euphorie verbunden ist, dass wir tolle Tore erzielt haben. Auch zumindest in der Vorbereitung. Extrem starken Stoppelkampf im Moment sehen. Mit Müller ein. Wer hätte auch das vor der Saison gedacht? Also es wurde heute auch angesprochen im Stream. Also Weinkauf, zumindest über weite Strecken immer mehr als solide. Also das war mit Sicherheit jetzt nicht der Spieler, den wir in den letzten zwei Jahren den größten Vorwurf gemacht hatten. Und dass so ein Müller so jetzt einschlägt. Also ich habe auch vorhin mal bei Facebook die Diskussion nochmal verfolgt. Hey, Mantel wurde gehandelt und wir haben Müller bekommen. Und mit Müller machen haben wir anscheinend alles richtig gemacht. Die Defensive. Ich meine, worüber haben wir gesprochen bei Sebastian May. Mein Gott, der ist doch nicht fit. Und wie kannst du den verletzungsanfälligen Spieler holen? Und, und, und. Und ein Sänger. Ach, der hat doch kaum gespielt zum Schluss in Lautern. Der war doch auffallend. So, im Moment für die Momentaufnahme. Und ich glaube deswegen für dieses Gefühl in der jetzigen Situation bin ich heute mal ein bisschen euphorisierter. Und ich gebe mal eine 9. Ich kann das aber, ich kann es komplett nachvollziehen. Vom perfekten Spiel sind wir ja noch entfernt. Aber ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir so weitermachen, auch dort mal dieses Jahr endlich mal vielleicht eine 10 rausknallen. Wenn wir so weitermachen. Kann passieren. Kann passieren. Warum nicht? Wir sind, wir sind ja alles andere als irgendwie missgünstig. Wenn ein geiles Spiel kommt, kommt eine 10. Das ist einfach. Genau. Und dann würde ich sagen, Michael, bevor wir dann jetzt gleich mal über die nächsten Tage und über die weiteren Kategorie sprechen können. Wenn wir es jetzt schon hier küren wollen, jetzt schaue ich mal kurz auf den Tracker. Wir haben jetzt 224 Stimmen. Ich glaube nicht, dass sich da noch groß etwas am Ergebnis ändern wird. Deswegen beschließe ich jetzt schon mal, ein bisschen schneller als sonst, die Umfrage. Denn jetzt wollen wir... Oh, die wundert mich. Genau. Weil darüber wollen wir, glaube ich, denn du hattest nämlich auch noch mal das ein oder andere zu diesem Thema. Ja. Darüber können wir nämlich jetzt gerne noch mal sprechen. Denn, da haben wir übrigens die richtige Geschichte noch mal, die wir einblenden wollen. Du wolltest, glaube ich, zu der ein oder anderen Thematik jetzt noch mal was sagen. Denn, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, Müller mit 48 Prozent hat das Ding hier gewonnen. Und wenn wir... Jetzt können wir noch mal einmal zurückgehen. Warte mal. So, wenn wir jetzt schon mal schauen. Dementsprechend wechselt sich der gute Winnie mit dem Stoppel ab. Also dreimal jetzt, wenn wir das Spiel gegen Meppen dazunehmen. Dreimal Vincent Müller schon Zebra. Edeka, Edskam, Zebra des Tages. Zweimal Moritz. Und auch Baka gefühlt jedes Mal dabei immer. Was ist er heute geworden? Heute ist er Vierter geworden. Aber auch schon dreimal mit einem dritten Platz. Einmal mit einem vierten Platz. Ich grüße ihn übrigens, denn er hat mir gegen Freiburg gesagt, Hey, du bist doch hier YouTube und du kannst ruhig mal was Positives sagen. Hey Baka, wir sind doch Best Buddies. Wir sind doch die besten Freunde. Wenn du so spielst, leck mich am Arsch. Dann bist du immer unter den Top 4 dabei. Und dann werden wir dich demnächst auch mal hier zum Spieler des Tages gehören. Bin ich mir ziemlich sicher. Also mach weiter so, gib Gas. So kennen wir dich aus der Vergangenheit. Und so wollen wir dich auch in der Zukunft sehen, Micha. Aber, zack, jetzt blende ich es nochmal ein. Dann, Vincent Müller gewinnt also vor Kaspar Jander, der heute mal Zweiter wurde, Stoppel Dritter und Baka Lortz Vierter. Und jetzt willst du meine Meinung hören. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung deine Meinung geht. Aber ich lasse dir natürlich deine eigene Bühne. Von daher Feuer frei. Also ich habe vollstes Verständnis für die Wahl. Ein Tor des Jahres vom Torwart aus, weiß ich nicht, 70 Metern. Ja, er ist das spektakuläre Zebra des Monats von mir aus auch so. Aber wir haben dieses Spiel heute gewonnen. Wir haben dieses Spiel heute gewonnen, weil Kaspar Jander und auch Baka heute gespielt haben, wie sie gespielt haben. Wir haben so viele wichtige Ballgewinne gehabt. Beide, ja. Aber Jander nochmal ein paar mehr als Baka. Erste Halbzeit unglaublich stark. Also was der da geholt hat, Wahnsinn. Ja, er muss noch ein bisschen am linken Fuß arbeiten. Also wenn er aufs Tor schießt. Das hatten wir, glaube ich, war das in Osnabrück, wo er denn auch in die Wolken jagt. Boah. Ja, ja. Ja, aber für mich heute, ich, wie gesagt, seid nicht böse, aber für mich heute diskussionslos. Ja, ja, ich bin Jander-Fanboy von mir aus. Ja, weil er ist Fanboy, der ist weniger als halb so alt wie ich. Aber für mich, Kaspar Jander ohne Diskussion heute, Zebra, Elskamp, Zebra of the day, was der heute gespielt hat, Junge, ey. Der Junge ist 19 und spielt heute wahnsinnigen Fußball. Ich habe letzte Saison noch zu dir gesagt, wir haben keinen, der mit und gegen den Ball spielen kann. Heute haben es Baka und Jander gemacht, mit und gegen den Ball. Und Jander sogar noch grandioser. Also wirklich drei Daumen hoch für Kaspar Jander, wenn du es hörst. Zebra of the week des Herzens. Definitiv. Möchte ich nicht ansatzweise irgendwas dagegen sagen? Nee, ich kriege gerade Besuch. Sehe ich gerade. Nee, kann ich nichts dagegen sagen. Wie soll man noch dagegen was sagen? Ist eine super Leistung gewesen. Für mich auch so ein Kriterium. Gegen Essen hat er gefehlt, ne? Ja. Und in Zwickau. Hätte ich gerne gegen Essen auch gesehen, im Heimspiel. Wie er in so einer Situation, in so einem Hexenkessel dort reagiert hat. Hast du die Gretcher heute gesehen? In der ersten Halbzeit? Alles super. Hör mal. Für mich ist er auch körperlich geworden. Alles gut, alles gut. Auch die Seitenverlagerung oftmals eingelenkt. Also wirklich von links nach rechts die Kommandos gegeben. Die Bälle verteilt. Ich kann mich auch an eine Situation in der ersten Halbzeit war es erinnern. Wirklich auf engstem Raum dann aus einem Gewusel von fünf Gegenspielern herausgewindet. Gewunden. Wie heißt es? Gespielt. Gewunden. Gespielt, sag ich einfach. Also sehr, sehr abgezockt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie der Kollege heute auch am Kommentatoren-Tisch gesagt hat, wirklich leichtfüßig. Also genau das Gegenteil von so Leuten wie von Knolly oder von Bacca auch, der andere Stärken hat. Wobei auch Bacca mir extrem spritzig vorkommt, leichter rüberkommt als in den vergangenen... Ja, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Beim Training habe ich schon das Gefühl gehabt, der ist schnell, der ist sprungstark, der ist explosiv. Habe ich dir ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich in dem Training auch schon so stärker eingeschätzt habe als letztes Jahr. Genau, aber Jan da ist ja wirklich, es sieht alles so, wenn ich jetzt sagen würde bei ihm, und man sieht das Bild von ihm eingeblendet, so kinderleicht sieht es aus. Leichtfüßig dabei und unbeschwert, unbekümmert. Das sind alles so Attribute, glaube ich, die kann man hier einfach mal komplett reinschmeißen. Von daher für mich auch überragendes Spiel. Und trotzdem, wenn ich jetzt diese vier Leute dort sehe, klar, Bacca vielleicht auf Platz vier heute mal, aber ich glaube, das ist auch komplett wertfrei, weil jeder hat hier seine Berechtigung auf sein... Sorry, ich reagiere nicht auf dich, ich reagiere auf den Kommentar. Wie jeder hier seine Berechtigung hat. Und klar, Müller mit dem Tor stellvertretend, das wird ihm einmal in der Karriere passieren. Deswegen natürlich zu Recht heute dieser Pokal. Aus meiner Sicht, auch wenn du es gerade ausführlich erklärt hast, aufgrund der spielerischen Leistung, klar, da ist Jan da höher einzuschätzen. Wobei ich aber auch sage, ganz klar, Stoppel an allen drei Toren jetzt wieder beteiligt gewesen. Also gut, beim zweiten jetzt nur aufgrund dessen, dass er den Freistoß rausholt, okay. Aber verrückter Typ hinten links, dann die Flanke zum 0-1, auch wieder toll gemacht. Und ja, das dritte Tor geht halt komplett auf seine eigene Kappe. Ja, geile Verlagerung von Frey, müssen wir auch nochmal sagen. Ja, genau. Und von daher finde ich, dass hier jeder seine Berechtigung auf jeden Fall hat, heute dabei zu sein. Genau, am Ende ist es auch gar nicht so wichtig. Und wenn ich jetzt Kaspar Jander sehe, er wird mehr und verdienter gehypt als letztes Jahr etwa gefordert. Und dann möchte ich auch hier nochmal ein bisschen was noch ganz kurz zu der Situation sagen. Kaspar Jander muss aufpassen jetzt im Alter von 19 Jahren, dass er hart arbeitet, dass er demütig bleibt und dass er genauso weitermacht und nicht irgendetwas anderes mit jemandem wie ihm passiert. Dem MSV kann ich nur sagen, in der Winterpause Vertrag verlängern. Ja, wenn das machbar ist. Also ich glaube, da werden natürlich jetzt, gerade in der heutigen Zeit, sehr, sehr schnell andere Vereine auch auffällig auf... So, aber das ist gar kein Problem in meinen Augen, denn Kaspar Jander, wenn der so weitermacht in seiner Entwicklung, er hat jetzt noch Vertrag für zwei Jahre und wenn er noch bis 25 verlängert, dann würde er lediglich die Ablösesumme erhöhen, aber ich glaube, wenn der so weitermacht, wenn er so weiterspielt, dann wird er auch für mehr Geld aus dem Vertrag rausgeholt. Und deswegen kann es eine Win-Win-Situation sein, wenn er den Vertrag verlängert für den MSV und für ihn. Ich glaube nicht, dass die Verlängerung des Vertrages für Kas bedeuten würde, dass er nicht den nächsten Schritt machen könnte in einem Jahr. Das wäre mal wieder sowas für unsere Kategorie der Zige und Ralf, wo wir dann über solche Sachen normalerweise sprechen könnten und sollten. Für mich ist das demnächst irgendwann ein Millionentransfer. Ich sag's dir. Genau, und es gibt ja heutzutage unterschiedliche attraktive Konstrukte, wie man sowas umsetzen kann, auch mit einer Weiterbeteiligung oder mit einer Ablöse auch im nächsten Step dann. Also du hast ja mit Sicherheit auch... Siehe Adeyemi, er hat es im Vertrag stehen gehabt. Zum Beispiel Unterhaching profitiert jetzt noch davon, obwohl er seit mehreren Jahren schon nicht mehr durchspielt. Und jetzt zweieinhalb Millionen kassiert, glaube ich. Genau wie in Hamburg jetzt auch nochmal, die dort ordentlich was bekommen haben für ehemalige Spieler. Also... Das wird mit Sicherheit jetzt nicht im Vertrag stehen. So, ne? Und dementsprechend muss irgendwas noch passieren, ja, im Winter. Und zumal ich auch ihn so einschätzen würde, selbst aus Nettigkeit oder aus Gefallen zum MSV. Ich meine, wenn der Junge so weiterspielt, ob der jetzt bis 24 oder bis 25 oder bis 26 Vertrag hat, dann wird der eines Tages nicht mehr in der dritten Liga beim MSV kicken. Ich meine, da brauchen wir das ja nicht vor, was ich sage. Und dann ist es doch cool, wenn wir da die ein oder andere Mark, hätte ich schon fast gesagt, noch mitnehmen. Und weil das ist dem MSV natürlich auch das ein oder andere Mal schon immer in der Vergangenheit passiert, dass man da so ein bisschen... Wie lange hat der nochmal im Vertrag? Scheiße. Nächste Woche nur noch. Ja, können wir jetzt nicht mehr verlängern. Von daher, lassen wir uns überraschen, wo der Weg dort von hingeht. Und du hast es gerade richtig und korrekt angesprochen. Jetzt einfach nur auf dem Teppich bleiben. Das gilt aber nicht nur für ihn, sondern für die ganze Truppe. Denn, Micha, wir spielen am nächsten Montag und haben eine riesen Chance, eine riesen, 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 riesen Chance. Wenn ich mir jetzt mal einfach die Tabelle anschaue, bevor es denn nämlich danach das Wochenende zu den Löwen, unangefochten auf Tabellenplatz 1, mit 5 Spielen und 5 Siegen geht, also am 3.9. Samstags, geht es am Montag, nächste Woche Montag, nochmal zu Hause, Flutlichtspiel, Montagsabends gegen den VfB Oldenburg. Und der MSV steht gerade aktuell mit 10 Punkten auf Tabellenplatz 5, hätte also rein rechnerisch mal wieder die Möglichkeit, unter die ersten 3 zu springen. Und wenn das kein Anlass genug ist, damit ihr erstens ins Stadion am Montag geht, denn wir hatten gegen Freiburg waren es knapp 10.000, ne? Ja, 9.8 oder 9.7. Ja, genau. Ey, Leute, gegen den VfB Oldenburg, die könnten vielleicht auch wenigstens 2.300 mitbringen, also wahrscheinlich... Dann sind wir bei 10. Dann sind wir schon mal bei 10 und dann macht ihr noch die 12.000 da voll. Ich bin da. Ich bin auch da. Diesmal sind wir nicht zusammen da. Diesmal sind wir nicht zusammen da, aber man sieht sich. Da gehe ich davon aus. Also Oldenburg auch nicht so schlecht. Jetzt haben sie gegen Verl gewonnen, wobei man auch nicht weiß, ob das irgendwie Aussagekraft hat, ne? Verl, dieses Jahr mit Sicherheit Abstiegskandidat, haben auch einen super Knipser verloren, ne? Mit Berlinski. Haben wir, für alle Leute, die sich ein bisschen über den SC Verl informieren wollen, wir haben vorhin eine neue Folge im Westen aufgezeichnet. Da haben wir auch über den SC Verl gesprochen. Oh, und? Stimmt ihr mir zu, Abstiegskandidat? Ich habe ja auch in meinem Video hier in der Rundreise deutschlandweit gesagt, für den SC Verl sieht es ganz, ganz düster aus. Die sind für mich sogar fast... Die stehen gerade auf Tabellenblatt 20. Dort sehe ich die auch schon mehr oder weniger. Denn die haben über die letzten Jahre immer die besten Spieler abgegeben. Ich kann mich, hatte ich auch vorhin erzählt, vor zwei Jahren noch an diese Achse, an dieses Trio Infernale erinnern. Rabijic, Yildirim und Janjic. Gerade in der ersten Drittliga-Saison, wo sie aufgestiegen sind aus der Regionalliga West. Das war richtig gut. Da hat der MSV ja auch noch richtig Sänger gekriegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo auch Janjic dann in Duisburg geknipst hat. Ich glaube sogar doppelt. Das war ein übler Abend, aber davon sind wir jetzt mittlerweile, ich will nicht sagen meilenweit entfernt, aber dann doch schon ein kleines Stück. Und der MSV gewinnt also in Meppen 3 zu 0, Micha. Und wenn das kein Anlass ist, jetzt werde ich es gleich nochmal eben ganz kurz raussuchen, währenddessen könntest du nochmal ganz kurz überbrücken. Ja, mache ich gerne. Ich habe ja gerade auch den News-Podcast aufgezeichnet und habe mir die Drittliga-Tabelle mal ein bisschen angeguckt. Im Moment empfinde ich die Drittliga-Tabelle relativ aussagekräftig, wenn wir den MSV ausklammern. Und Elversberg vielleicht ein bisschen ausklammern, weil ich nicht weiß, ob sie am Ende dann wirklich ganz oben landen. Aber so grundsätzlich mit Verl, Essen, Zwickau, Aue, Halle, Bayreuth, Oldenburg, das sind für mich alles so Mannschaften, die da unten am Ende kämpfen werden. Dresden, ich habe es von Anfang an gesagt, Dresden steigt für mich dieses Jahr nicht auf, was nicht am Verein liegt, wobei doch, weil sie haben den Trainer ja verpflichtet. Und dann, ja, Meppen, weiß ich nicht. Ja, und oben, also ich habe, genauso wie du, glaube ich, 1860 relativ deutlich als Aufsteiger. Und dahinter Ingolstadt, klar. Und dann ist es tatsächlich offen, relativ offen. Jetzt steht Viktoria Köln im Moment noch gut da. Die waren für mich eigentlich auch unten. Dafür hast du Wiesbaden, die noch nicht oben stehen, die aber auch irgendwie eine Rolle spielen können. Also oben sehe ich es ein bisschen offener als letztes Jahr, muss ich ehrlich sein. Also letztes Jahr mit Magdeburg, Braunschweig, Kaiserslautern, 1860 München und so weiter stärker. Ja, dieses Jahr sehe ich nur richtig, richtig stark, sehe ich nur 1860 und mit Abstrichen Ingolstadt. Und dahinter wird es dann offen, wenn wir gerade schon bei der Tabelle sind. So, und wir gucken einfach mal. Es sind einfach mittlerweile so viele und gerade nach so einem Spiel, seid mir gar nicht böse, aber ja, ich werde jetzt hier einen Auszug davon nehmen, was ihr so dementsprechend geschrieben habt auf das 0 zu 3 unseres MSV, auch wenn ihr gerade noch das Bild, glaube ich, von, was ist es? Rot-Weiß-Essen seht, genau. Aber die Fans stimmen. Und zwar schreibt der Mario1902, das ist nicht mein Spielverein. Gegen Oldenburg auf jeden Fall nachlegen. Also mit einem Smiley versehen, glaube ich, meint er das Ganze natürlich. Dann haben wir den Laurenzist.das.geil. Einfach nur genießen. Duisburger Blut, kneif mich mal jemand. Unfassbar stark, der Mektorito, der Klaus. Lasst alle Pauschalkritiker verstummen. Dann haben wir die Petra. Was eine geile Nummer. Ich werde euch mit zwei Piccolöchen live zuschauen. Gleich. Also Gruß an uns, Michael. Der Sebastian Janko, wie ich schon sagte, VM, also Vincent Müller, Man of the Match, inklusive Ultra-Performance der Mannschaft. Der Neudäufer, geiles Spiel, danke. Der Nils Petendorf, wehe einer, nimmt das Wort mit A in den Mund. Ja, kann man auch so sehen. Ähm, der Moritz, 1808, geisteskrank, einfach nur geil. Der MSV ist wieder da. Der Super Thomas, drei Siege in Folge ist Balsam für die geschundene Zebraseele. Der Simon, also unser Kumpel hier, der Kaspar Jander, dem soll man doch bitte einen Fünf-Jahres-Vertrag geben und unter Dach und Fach bringen. Dann haben wir den Devin Hengst, der MSV macht wieder Spaß. MSV Christoph, unser Christoph hier. Müller gleich oder Pfeil größer gleich, Macher, einfach geil. Dann haben wir den Nick, die neuen Tugenden gefallen mir und passen zu 100% zu diesem Verein. Ist auch richtig. Ruhrpurt Zebra, ein perfektes Spiel. Nichts Großes zugelassen, besonderes Lob an Jander, MSV. Pupsi Engel, geile Gesamtleistung. Dann haben wir hier noch AF-Foto. Die Doppel-Sechs, Baka Jander, ist das Beste, was ich seit langem vom MSV gesehen habe. Und Janette, einfach nur genießen, Michael. Also wir haben ein fachkundiges Publikum, würde ich sagen, oder? Aber ist ja nichts Neues. Genau, also wenn man hier die Doppel-Sechs schon anspricht, das ist dann keine pauschale Lobpreisung, sondern es ist dann schon irgendwie der Blick auf das Wesentliche heute. Wir haben ein tolles, fachkundiges Publikum, was sich ja auch, kommen wir gleich noch zu, liebe Leute, bewerben kann. Definitiv. Und jetzt machen wir mal den standardgemäßen Aufruf nochmal. Und zack, da seht ihr es. Ich weiß, der One-Gag, nein, der ist ja mittlerweile bewusst. Nachdem ich es drei Wochen nicht gecheckt habe oder hinbekommen habe, gecheckt habe ich es schon, aber hinbekommen habe, lasse ich es jetzt immer extra drin. Also Leute, ihr könnt nach wie vor ein Joshua Bitter, der wieder voll in Form ist, der wieder ultra sexy, haben wir heute gelernt, über die rechte Seite kommt, gewinnen mit Echtheitszertifikat, also wirklich Original-Trikot von ihm. Könnt ihr dort gewinnen oder aber das Gleiche, wenn man sagt, jo, das Knollitrikot ist auch sehr, sehr geil, könnt ihr das auch tun in der Videobeschreibung, also hier unten drunter, für diejenigen, die auch erst ab morgen unseren Podcast hören über die gängigen Kanäle. Einfach mal bei YouTube dann nochmal Podbolzer reinschauen, Sendung von heute dort anklicken, beziehungsweise auch dort in die Beschreibung gehen und dann könnt ihr über den Spenden-Link bei Streamlabs, ist dort hinterlegt, ja und ich glaube der Holger oder der Volker, einer von beiden war es, ja geht nicht, funktioniert nicht, versucht den einen oder anderen Browser einfach bitte, es haben schon sowieso viele Leute mitgemacht, ich kann nur sagen, so leicht und so schnell für einen 5er Minimumbeitrag könnt ihr hier ein Trikot gewinnen. Ich glaube, da kommt ihr nie wieder so schnell ran und zu den Teilnahmebedingungen einfach nur bitte dann, wenn ihr über den Streamlabs-Link geht, könnt ihr einen Betrag auswählen eurer Wahl, mindestens aber 5 Euro und dann bitte in dem Betreff MSV Knoll, wenn ihr diese 5 Euro oder vielleicht auch mehr gerne spenden wollt, dann seid ihr automatisch in der Verlosung dabei, deswegen MSV Knoll oder MSV Bitter und die gesamte Kohle kann ich nur sagen, kommt einem gemeinnützigen Zweck für hilfsbedürftige Kinder bei einer Organisation in Duisburg zugute. Mann, wie habe ich das erklärt, oder? Hast du sehr gut erklärt, ich habe nichts hinzuzufügen. Perfekt, wir können ja mal schauen, weil euch das mit Sicherheit interessieren wird und ich kann auch nur sagen, ey Leute, da geht auf jeden Fall noch mehr. Ja, wenn ich jetzt gerade schon wieder reinschaue, wir sind hier über 250 Leute permanent gewesen, also erstmal noch ein paar Likes, das wäre ganz cool und so, so viele MSV-Fans, wenn wir nämlich nachher den Stream beenden, dann werden wir, Michael, ich gebe schon mal wieder so einen Tipp ab, wir werden bei ungefähr 900 bis 1000 Leute gewesen sein heute, wenn es doch so viele sind, gebt euch einen Ruck, haut hier ein Fünfer-Minimum rein und dann seid ihr am Start. Nochmal, das Geld ist nicht für uns, Leute, das Geld ist für einen guten Zweck für Kinder und ihr könnt, egal wie viel ihr da reinhaut, dieses Trikot gewinnen. Richtig. Warte, jetzt gucken wir mal einmal rein. Also ein geiles Passwort hier, um uns anzumelden und dann wollen wir mal den aktuellen Spendenstand. Wir stehen bei 232,25. Das reicht uns nicht. Also 500 wäre noch mindestens hier angesagt, oder? Ich hoffe doch, dass wir da mindestens landen. Also man kann es ja mal ausrechnen, 200 durch 5 sind 40 Leute. Vielleicht sind es um die 40, ja, die hier gespendet haben. Das heißt, ihr habt im Moment, im Moment habt ihr die Chance, 1 zu 40 oder 1 zu 20, wenn ihr doppelt spendet, sogar 1 zu 20, dieses Trikot zu gewinnen. Und noch was Gutes zu tun. Also Leute. Und bevor ihr Kritik aufkommt vom Jörg, keine Grüße in die Runde. Hey Jörg, da hättest du mal ein bisschen eher dabei sein müssen. Ich glaube, du kamst doch heute zu spät. Und natürlich haben wir hier alle begrüßt mit Namen. Der Simon hat auch noch nicht reagiert auf meine Aussage. Ich glaube, der ist auch erst später eingestiegen. Simon, was ist los? Was ist mit dem 17.9.? Ehrlich, von daher. Also genau, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar über den 17.9., das haben wir gerade auch schon getan. Sagen wir erst Tschüss? Oder wie machen wir das? Sollen wir erst Tschüss sagen? Dann würde ich aber auch offiziell Tschüss sagen. Für all diejenigen, die jetzt hier noch einen kleinen Overrun haben wollen, so sagt man es so schön in Amerika, da könnt ihr noch mal dranbleiben. Wir werden dann auch gleich noch mal die Leute bei Kicktipp mit reinnehmen. Ich würde aber sagen, Michael, also für die YouTube-Leute, ihr könnt am Start bleiben. Wir werden jetzt noch ein bisschen länger machen, aber für die Podcaster da draußen. Leute, der MSV gewinnt 3 zu 0 in Meppen. Sensationell, sensationelle Tore. Wir befinden uns gerade auf einer Welle der Euphorie. Von daher würde ich sagen, am nächsten Montag möchte ich euch alle im Stadion sehen. Und dann rocken wir das Ding gegen Oldenburg. Wir haben eine extrem große Chance, uns noch mehr Luft zu verschaffen, um wirklich mal vielleicht zumindest einfach mal im oberen Drittel mal die nächsten Wochen und Monate zu verbringen, ohne jetzt komplett abzuheben. Also bitte nicht falsch verstehen, aber es ist doch mit Sicherheit schöner, dort mal mit den ersten 6, 7 Mannschaften einfach mal so mitzubeschwimmen, ohne jegliches Ziel zu definieren und dann beispielsweise komplett unbeschwert nach München zu fahren, am 3.9., weil das könnte dann wirklich mal ein Spitzenspiel sein. 1860 München, Tabellenplatz 1 gegen beispielsweise Platz 3 MSV Duisburg. Mein Gott, Fußballherz, was willst du mehr? Und dann kannst du da wirklich komplett frei hinfahren und dementsprechend locker ausspielen. Von daher sage ich, erstmal Montag, das ist das Wichtigste, erstmal immer. Deswegen auch Grüße nochmal an den Jannis. Immer erst die Hausaufgaben machen, Jannis. Und danach dann nochmal eine Runde MSV gucken oder Pottbolzern 19.02 jeden Sonntagabend, circa 21.21 Uhr, 21.15 Uhr. Von daher, liebe Leute, bleibt gesund, kommt gut durch die Nacht, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns nächsten Montag, nur der MSV. Und denkt dran, 3 Punkte. Ciao. Genau, und alle, die jetzt denken, wir machen Feierabend, das tun wir nicht. Das machen wir nur zum Hören. Bei YouTube geht das jetzt hier noch weiter mit euren Fragen an uns und mit dem Thema 17.09. Allen Hörern, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Recording stopped. So. Jetzt sind wir nicht mehr live. Doch, jetzt sind wir schon noch live. Ja, Jannis, du wirst uns jetzt wahrscheinlich immer noch hören, aber nicht mehr live sein, ne? Um die Uhrzeit, 22.38 Uhr, ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Aber ihr könnt euch hier auch rein theoretisch morgen noch anschauen. Den, 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 ja, den nächsten Part hier. Ja, wir haben es gerade angesprochen, ne? Wir stellen zwei Teams auf. Jo. Kneipen-Quiz, ausgerichtet von der Zebraherde. Und ich habe ja schon mal teilgenommen, damals allerdings im Namen der Potbolzer mit dem Marlon zusammen. Da haben wir noch über den Saisonstart gesprochen unseres MSV. Es müsste das letzte Jahr gewesen sein, genau. Letztes Jahr im, ich glaube, sogar im August. Ja, ja, ich war im Urlaub, deswegen musstest du ohne mich klarkommen. Genau, da haben wir noch die Bühne bekommen und diesmal, ohne dass wir dort als Act auftreten, aber wir haben natürlich dann trotzdem mit Sicherheit mal die Möglichkeit, da einen zum Besten zu geben und ein bisschen zu trallern und auch mit euch da draußen das ein oder andere Bier vielleicht mal zu trinken. Von daher, ja, stellen wir Team Micha und Team Stefan und ihr habt hier in dem Video, in den Kommentaren die Möglichkeit, einfach mal reinzuschreiben, ob ihr vielleicht könnt an dem Tag, ob ihr dabei sein wollt, wenn ja, vielleicht sogar bei wem, muss jetzt nicht zwangshaft, also wir wollen es ja sogar eher als Draft annehmen, Michael hatten wir ja gesagt, deswegen ist das gar kein Kriterium, sondern schreibt doch einfach mal da rein, ob ihr am 17.09. Zeit und Lust habt und dann werden wir dementsprechend unser Team so aufstellen und wir haben insgesamt vier Plätze, das heißt, du bildest einen und ich bilde schon mal einen Platz ab, dann gibt es zwei oder bei mir dementsprechend eine Wildcard an den Alex, wenn er kann und Lust hat, dann ist er von mir hier auch recht herzlich eingeladen und bei Micha ist es, glaube ich, der Simon, der schon mal einen Platz einnimmt. Von daher, liebe Leute, zwei von vier auf beiden Seiten, wenn alles so funktioniert. Ja, ich sage mal, ein bis zwei Plätze habe ich. Vielleicht, also wenn es nur einen Platz bei mir gäbe, dann hättet ihr auf jeden Fall Bock, in diesem Team zu sitzen, weil dann hättet ihr richtig geile Mitspieler. Genau, und bei denen wird dann mit Sicherheit richtig gesoffen. Von daher, ja, ist mit Sicherheit eine coole Nummer und dann würde ich sagen, Micha, können die... Achso, haben wir schon gesagt, dass wir danach noch miteinander was trinken gehen? Haben wir, ne? Ja, dann ziehen wir einfach mit 150 Leuten mal weiter ums Eck, dann gucken wir mal und, ja, schauen dann einfach mal. Ihr habt aber jetzt die Möglichkeit, weil es auch von dem einen oder anderen immer mal wieder angesprochen wurde, ihr könnt jetzt einfach auch mal generell was fragen, also gerne vielleicht überhaupt zum MSV, den einen als auch den anderen von uns beiden hier. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne wissen wollt, könnt ihr gerne jetzt tun. Das ist also jetzt wirklich unabhängig von jeglicher Geschichte. Der Thomas, der schreibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es siehst, hat der Erfolg jetzt damit zu tun, dass Ziege bei den Potpotsern war. Michael, kann man ja sagen, oder? Absolut, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch. Ich glaube, Ziege, liebe Grüße an der Stelle. Damit haben wir den Bock umgestoßen, oder? Definitiv. Ich glaube, genau, und das habe ich jetzt auch schon öfter im Chat gelesen, während der Sendung heute auch. Denkt ihr echt, dass noch ein Stürmer kommt? Ja, also, ich muss ja dazu sagen, ich bin... Nein. Ich bin die ganze Zeit nicht von Giert, der bei uns gehandelt wird, überzeugt. Zum einen, weil er auch selber jetzt die letzten Jahre gar nicht so die Spielpraxis hatte. Zum anderen, weil er auch jetzt nicht der Name und dieser Spieler ist, der uns dort komplett irgendwie nochmal ein Level höher hieven würde. Und weil er sich beispielsweise von Boadus auch nicht unterscheiden würde. Und du hast ja auch heute ihn mal zur Abwechslung mal wieder gelobt. Und wenn er es doch tatsächlich jetzt begriffen hat, könnte ich diese Verpflichtung nicht verstehen. Erst recht, wenn man jetzt gerade auch dabei ist, zum Beispiel König, ein paar Minuten immer mal wieder zu geben, den reinzuwerfen, den jetzt aufbaut. Auch dem würdest du einen ähnlich... Also, natürlich ist der was jünger, natürlich ist der ein bisschen leichtfüßiger. Ich glaube, Giert ist absoluter Strafraumspieler, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Natürlich so ein bisschen anders, aber dem würdest du indirekt ja trotzdem einen weiteren Stürmer vor die Nase setzen. Und ich habe gerade beispielsweise mal meinen Credo reingeworfen und habe gesagt, ich zum Beispiel sehe Ekene mehr so sogar vorne und eher zentral drin. Das heißt, du hättest dann einen weiteren Spieler, der dich auch gar nicht weiter nach vorne bringen würde auf diesem Niveau. Ich würde mir beispielsweise eher dann lieber noch jemanden auf der rechten Seite wünschen. Auch dort haben wir es gerade angesprochen. Wenn es da irgendwas gibt, wo man noch einhacken könnte, dann ist es sowas wie mit Adjani heute nicht gut gewesen. Und gerade bei so einem Spiel, wenn du dann sagen musst, da war heute einer nicht gut, zumindest im Vorwärtsgang, dann ist es auch schon wieder eher so als schlecht anzusehen. Von daher, da würde ich mir noch jemanden wünschen. Wie siehst du es? Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, wir holen keinen mehr. Ich glaube, wir warten jetzt erstmal, weil wir sind jetzt mit unseren zehn Punkten nach fünf Spielen. Und dann vielleicht, toi, 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 13 Punkten, wenn wir Gas geben, nach sechs Spielen. Sind wir erstmal in einem anderen Fahrwasser als letztes Jahr. Und dann können wir uns erstmal die Entwicklung bis zur Winterpause angucken. Es gibt eine sehr, sehr lange Winterpause. Wir haben nach 15 Spieltagen Winterpause. Und dann kannst du da auch nochmal nachlegen, wenn du das Gefühl hast, du müsstest es doch nochmal tun. Ich würde jetzt Torschusspanik technisch nichts tun. Und bin der Meinung, es kommt keiner mehr. Es kommt auf keiner Position noch jemand vorne. Da bin ich mir relativ sicher. Das Einzige, was passieren könnte, ist, wenn jetzt irgendwie noch irgendwas toi, toi, toi mit Verletzungen wäre. Aber glaube ich nicht. Und jeder, der uns ja jetzt hier auch verfolgt, da gibt es noch zwei Argumente, die ich noch on top drauflegen möchte. Punkt eins. Wenn sich natürlich noch irgendwie was auftut mit Spielern, die jetzt kurz vorm Transferfenster nicht unterkommen. Auch das habe ich schon öfter gesagt. Also gerade bei Spielerberater-Vermittler-Szene ist es ja oftmals so, die versuchen dann irgendwie letztendlich noch ihren Spieler immer noch irgendwie unterzubekommen. Auch relativ spät. Es gibt genügend Spieler, die immer darauf spekulieren, noch irgendwie in eine Liga höher reinzukommen. Aber ich gebe euch nur das Beispiel, wenn es dann Spieler gibt, die Zweitliganiveau haben oder die auch generell auf die zweite Liga spekulieren, dann bis zum 31. aber keinen Verein finden, dass sie dann zwangsläufig immer eine Liga runtergehen müssen. Das geht von der ersten in die zweite so, das geht von der zweiten in die dritte so. Deswegen haben wir des Öfteren schon hinter den Kulissen zum Beispiel auch sportliche Leiter gesagt, dass hey, unsere Stunde schlägt manchmal vielleicht noch am 30. und 31. Da tut sich dann noch etwas auf. Die haben in der Regel dann auch noch ein bisschen Gehalt offen, ein bisschen Spielraum. Also du spekulierst darauf, dass du noch einen kriegst. Und Punkt zwei, Micha, wir haben ja auch angesprochen, es ist ja auch mal ganz gut, wenn du das Gefühl hast als Fan, der MSV hat vielleicht seine Finanzen auch mal im Blick. Und wenn es nicht sein muss und deine Euronen musst du hüten, dann ist es doch auch so, dass wir sagen, dann können wir jetzt mal beruhigt schlafen. Da ist jemand, der kennt sich mit Finanzen aus mittlerweile. Ja, Stefan, wir haben gesagt, wir machen ein paar Minuten Fragen beantworten. Das können wir auch gerne noch eine Viertelstunde machen. Ich habe Zeit. Aber wir müssen die Fragen ein bisschen kürzer beantworten. Es fliegen nämlich eine nach der anderen rein. Komm, haut mal eure Absteiger und Aufsteiger aus. Kurz, nur benannt. Mehr nicht, ohne Erklärung. Du machst Aufsteiger, ich mache Absteiger. 1860 und Ingolstadt. Ich sage Perl, definitiv. Ich sage Bayreuth. Ich sage Oldenburg. Und ich sage, auf welchem Kanal sind wir hier? Bei Potbolzer, ne? Ich hatte Viktoria Köln eigentlich. Weiß ich nicht, den vierten weiß ich nicht. Ich sage Oldenburg, Bayreuth und Perl auf jeden Fall. Dann gehen wir ein bisschen weiter höher. Und zwar, jetzt mal gucken, ob ich da hinkomme. Denkt ihr, dass noch ein Stürmer kommt? Da ist die Frage, alles klar. Eure Meinung zur Kohorte? Auch kurz. Mach sie mal kurz. Ne, du kurz. Ich kurz. Ich bin immer ein Freund davon, wenn die Ultras unten stehen. Weil es immer eine leichte Verzögerung gibt im Gesang. Es macht es immer ein bisschen schwieriger. In meinen Augen. Zwischen dem Oberrang und dem Unterrang. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Es war jetzt nicht so dramatisch gegen Essen oder schlecht gegen Essen von der Akustik, wie es war, als sie noch seitlich standen. Also seitlich hat mir nicht gefallen. Jetzt ist es Block 7, glaube ich. Ich habe mir besser gefallen auf jeden Fall als seitlich. Was ist das dann gewesen? Block 13, 14 oder sowas? Was sagst du? Ich bin da, ich bin nicht zu tief drin, um zu entscheiden oder zu sagen, wieso und weshalb das Ganze so ist. Bin auch dazu, sei gesagt, vielleicht für den einen oder anderen da draußen auch ganz interessant. Ich stand früher zu meiner Jugendzeit auch natürlich immer im Stehbereich. Ich habe als Kind schon damit angefangen. Eher so zwischen dem alten Wedau-Stadion noch damals. Hört auch mal übrigens in die Legenden-Folgen rein, Micha. Da haben wir jetzt schon seit Monaten keine Werbung mehr gemacht. Die sind ja auch zeitlos. Also für den einen oder anderen, der jetzt mittlerweile dazugekommen ist. Wir sind ja mittlerweile viel größer geworden als noch im Vergleich zu vor zwei Jahren. Es gibt Legenden-Specials, 10, 11, 12 Stunden haben wir die damals mal aufgenommen mit dem Mic da mal zusammen. Zu den 90ern, ein Teil zu den 90ern, zu den 2000ern und zu den 2010ern. Da haben wir die kompletten Saisons reviewt, wie es so schön heißt. Von daher könnt ihr gerne mal reinhauen. Ist auch in der Beschreibung hier drin. In dieser Videobeschreibung. Und da haben wir schon gesagt, und so hat sich das Ganze bei mir halt so ein bisschen verlagert, mittlerweile auf der Haupttribüne angekommen. Und natürlich entnehme ich das oder vernehme ich das, dass die dort halt mittlerweile einen anderen Platz gefunden haben, dass die dort wandern. Ich glaube, für die insgesamte Stimmung würde es natürlich besser sein oder würde es der Stimmung gut tun. Ich kann jetzt aber auch nicht behaupten, dass, klar, gegen Essen waren Selbstläufer, aber auch gegen Freiburg fand ich die Stimmung sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass dort es ja einen großen Aderlass gab. Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt gerade auch ein bisschen der Euphorie und der Spiele geschuldet. Klar, wenn du 3-0 führst oder 3-1 gewinnst, ist die Stimmung immer gut wahrscheinlich. Deswegen gerade brauchen wir dann die Fans den Zusammenhalt, wenn es jetzt zum Beispiel nächsten Montag mal nach 10 Minuten 0-1 steht. Da brauchen wir das. Aber ich mache mir aktuell relativ wenig Sorgen, was so die Stimmung betrifft. Ich glaube sogar, dass man die eine oder andere Niederlage demnächst mal verzeihen könnte, auch mal vielleicht einen schlechten Auftritt verzeihen könnte. Aber dann die Reaktion halt heraus. Ich meine, so sieht es gerade aktuell aus. Dann wurde ich schon dreimal gefragt nach meiner Meinung zu Hamza Anhari. Ich glaube, dass es ein Juwel ist. Er hat jetzt auch im ersten Spiel der A-Jugend-Bundesliga getroffen. Ich glaube, dass er aufgrund der Tatsache, ihr müsst euch vorstellen, dass wir aus der eigenen Jugend Leute ausbilden möchten, um dann als Ausbildungsverein gute Spieler später, wenn sie denn dann wie Janda zum Beispiel, wie Daschner in der ersten Mannschaft Fuß fassen, sie dann mit Gewinn zu verkaufen. Das ist die Finanzierungsidee. Und ich glaube, dass du solche Leute wie Hamza Anhari oder andere talentierte Jugendspieler nur bekommst, wenn du in der A-Junioren-Bundesliga spielst. Du musst also so ein bisschen zwei Wege gehen. Du musst dafür sorgen, dass die A-Jugend in der Bundesliga erfolgreich ist und musst die guten Spieler einbinden. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum Hamza Anhari noch nicht voll bei der ersten Mannschaft ist. Weil wir ihn eben auch für den Verbleib der A-Jugend in der höchsten Klasse brauchen. Ich nehme mal zwei weitere Fragen. Wie weit kommt der MSV im Niederrhein-Pokal? Ganz klar, Andreas. Wir haben in einer... Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Es ist Donnerstag. Ja, okay. Aber wir haben... Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sendung es war, wo wir gesprochen haben, der MSV hat keine richtigen Ziele, sondern einfach nur besser. Da habe ich gesagt, glaube ich, gegen Essen auf jeden Fall zu gewinnen. Ja, das haben wir jetzt so halb geschafft. Vielleicht auch eher nicht. Haben wir nicht geschafft. Dann aber ganz klare Message, den Niederrhein-Pokal zu gewinnen. Das war auch eins dieser Ziele. Ich glaube, die anderen waren dann noch irgendwie keine Abstiegsangst zu haben, dieses Jahr eine gewisse Weiterentwicklung zu sehen, dass der Trainer vielleicht die Saison übersteht. Sowas in der Richtung. Aber deswegen ganz klare Message an den Andreas. Gewinnen. Also 100 Prozent. Gibt es auch, glaube ich, kein Vertun. Wir müssen in den DFB-Pokal. Wenn es über Platz 4 in der Liga nicht reicht, dann müssen wir halt den Niederrhein-Pokal gewinnen. Ich nehme aber auch beides sehr, sehr gerne. Kann ich dir schon sagen. Und Fangemeinschaft GG schreibt, könnt ihr vielleicht mal, wenn ihr mal wieder einen Vlog hochlädt, ein paar MSV-Fans interviewen. Ja, gab es natürlich immer die Gedanken. Habe ich auch zwischenzeitlich immer gemacht, auch in den letzten Vlogs. Und hatte sogar jetzt auch bei einem der letzten, hatte ich da immer mal wieder was aufgenommen. Habe ich aber final nicht mit reingenommen. Hat viele Gründe. Aufgrund dessen, dass es vielleicht insgesamt nicht qualitativ gut war. Ja, das ist jetzt kein irgendwie, kann auch von mir schlecht geführt worden sein in dem Fall oder irgendwas an der Art oder Sound oder Ton. Also Qualität spielt eine Rolle. Ja, und ja, das ist so meistens der Punkt. Und jetzt komplett rein auf Fan-Interviews. Es gibt vielleicht demnächst nochmal das ein oder andere Neue auch hier. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir extrem viel Content hier auch abbilden für Leute, die auch nebenbei mal noch arbeiten gehen. Gar nicht böse gemeint, aber du hast recht. Ich finde es auch nicht schlecht, viele Leute, viele Stimmen von euch da draußen einzufangen. Gebe ich dir vollkommen recht. Dann gab es noch die Frage, Block 4, nein. Zebra Himowitsch, ich bin nicht im Block 4 gegen Oldenburg. Ich schreibe mich mal privat an, dann sage ich dir, wo ich bin. Bin auf jeden Fall da. Finanzielle Lage, heißes Pflaster, Stefan, oder willst du was dazu sagen? Ehrlich kann ich auch nur das entnehmen, was man immer aus der Zeitung liest. Natürlich ist der MSV nicht auf Rosen gebettet. Auf der anderen Seite gibt uns mit Sicherheit immer mal wieder auch zu bedenken, dass Ingo Wald schon vor drei oder vier Jahren gesagt hat, ja, zwei, drei Jahre können wir in der dritten Liga nicht überleben. Und ich meine, jetzt sind wir immer noch da und das zu Zeiten von Corona. Ja, schwierig, aber ja, wir sind da, sagen wir es mal so. Ich glaube, aber wenn wir insgesamt über finanzielle Lagen sprechen, dann ist es sehr, sehr kompatibel mit dem, was ich gerade gesagt habe, beispielsweise Niederrhein-Pokal. Würde man das nicht leichtfertig die letzten zwei Jahre abschenken, hätte man dort auch wahrscheinlich wieder eine Million mehr auf dem Konto. Also, das sind alles so Dinge, die hängen dann natürlich auch so ein bisschen zusammen. Auch die Endplatzierung in der Liga. Da gibt es ja immer einen Verteilungstopf, aus dem man sich da bedient. Also, ich konnte noch nie verstehen, wie man dann Spiele oder generell Platzierungen auch abschenkt, wenn man irgendwie gerettet war. Ich kann mich da an etliche Spiele erinnern, wo man das Gefühl hatte, ja, ach, ist uns doch scheißegal, ob wir 12., 13., 14. Werden, nee, ist nicht egal. Genauso, wie es nicht egal ist, ob du ein Spiel 3-0 oder 7-0, siehe Bochum, heute verlierst. Weil das sind Dinge, die gehen durch die ganze Welt. Das fällt dir sofort ins Auge. Ist für den Verein mit Sicherheit nicht wünschenswert, wenn das mal sofort angezeigt wird. Von daher einfach, ja, weiter Gas geben und die Mannschaft bestimmt, wo der Weg hingeht. Ich glaube, das kann man so schön sagen. Ich habe eine sehr schöne Frage entdeckt, Stefan. Welches MSV-Spiel würdet ihr gern noch mal im Stadion sehen? Da fallen mir auf Anhieb, boah, also Pokalfinale gegen Bayern fällt mir ein. Möchte ich gern noch mal sehen. Möchte ich dann gern mit einer anderen Schiedsrichterleistung sehen. Dann würde ich ganz gern noch mal sehen, das 5-1 des MSV in Bremen. Liebe Grüße an dieser Stelle, Peter Kötzle, Uwe Weidemann, Ferry Schmidt. Auch eine Frage zu Ferry kam gerade im Chat. Können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Also es sind so die Spiele, natürlich Heimspiel gegen Cottbus, Halbfinale DFB-Pokal. Auch so ein Spiel, was man gern noch mal sieht. Dann die Aufstiegsspiele in Köln, Fortuna Köln oder zu Hause gegen Holstein, Kiel. Dann das 5-1 oder die Niederlage oder die Niederlage nach dem 1-0 in Frankfurt würde ich auch noch mal gern sehen. Nämlich die deutliche Niederlage zu Hause gegen KSC mit den blau-weißen Haaren der MSV-Spieler, wo wir auf die Fresse gekriegt haben, aber aufgestiegen sind. Das sind alles so Spiele, also unzählige Spiele, die ich gern noch mal sehen würde. Stefan? Ja, Cottbus auf jeden Fall. Halbfinale, DFB-Pokal damals, auch dort gewesen, frühzeitig angereist an dem Tag, viel getrunken. Musste man aber auch bei dieser Dramatik. Und es heißt ja, dass es das Spiel war, auf Seiten des MSV, als Heimspiel zumindest, wo die bislang größte und beste Stimmung in der Arena war. Oder generell, vielleicht sogar jemals beim MSV. Also ich kann es natürlich nicht beurteilen, 1970, 1980. Aber es heißt ja, dass das das Spiel mit der größten oder mit der stärksten Emotion und Stimmung in einem Heimspiel war. Dann sage ich dir aber auch ganz ehrlich, gerade auch die Generationen hier um Markus Kurth, Evo und hast du nicht gesehen, da damals Mitte, Ende der 2000er. Ich kann mich an viele geile Spiele zu Hause erinnern, wo die Arena dann auch nur so halb fertiggestellt war oder wo sie gerade in den finalen Zügen war, in Heimspielen gegen Köln, in Heimspielen gegen Aachen. Oder auch damals noch bei einem Spiel zu Hause gegen Wackerburghausen, wo wir da zur Halbzeit so hoffnungslos zurücklagen, wo wir es noch gedreht haben. Das sind jetzt nicht on top die geilsten Spiele, aber das gehörte für mich dazu. Das hat es ausgemacht und ich habe es geliebt seinerzeit, weil es gab ja auch die Diskussion, ach, wird das Stadion nicht mehr hier und so eine neue moderne Arena. Ich habe es von dem ersten Tag an sofort geliebt, dort in diesem Stadion nicht mehr nass zu werden, einen Platz zu finden, mit den Leuten dort eng, sehr, sehr nah dran zu sein und die Stimmung zu genießen. Von daher ganz, ganz viele Erinnerungen und natürlich Berliner Finale. Also jeder, der dort war, unglaublich. Ja, im Berliner Finale habe ich ja Gott sei Dank schon zwei gesehen, aber ich habe Asche auf mein Hauptliebe, Leute. Ich habe zwei richtig geile Spiele vergessen. Natürlich das 3-1 vom MSV in Dortmund, Ischiaku, der Salto. Aber ey, wie konnte ich den, wie könnte ich den Fünferpack vom Tönnies vergessen? Den habe ich auch im Stadion gesehen, ne? 91, 92 gegen Oliver Kahn, Fünferpack, schnellster Hattrick aller Zeiten. Ja, sind so viele. Leute, dieses Spiel ist wohl das Spiel, was ich mir gerne nochmal angucken würde. Ich habe es damals gesehen. Ich war damals zwölf und ganz ehrlich, ey, bestes Spiel ever, 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 ever. Ich kann mich auch an viele tolle Auswärtsspiele erinnern, ne? Also du wirst jetzt nicht... Also gerade Köln nehme ich immer gerne, ist immer ein tolles Pflaster für den MSV, gefühlt. Ja, ja. Gefühlt fährst du da immer hin und holst da drei Punkte oder zumindest... Aber darfst du auch nicht alleine zum Stadion laufen. Nee, erst recht nicht durch den Wald. Ja. Über den Großen. Liebe Leute, guckt euch unsere Doku oder hört euch unsere Doku zu den 90ern, 2000ern und 2010ern an. Da gibt es auch solche Geschichten. Definitiv. Gibt es noch andere Themen? Hier zum In-Chat? Oder genau, hier, den Punkt nehme ich nochmal mit auf. Der Volker schreibt nämlich gerade, wann kommt denn mal wieder eine Legende zu Besuch? Oder wann kommen denn generell mal vielleicht wieder Gäste? Ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ist ja nicht so, dass wir es nicht auf dem Radar haben. Und ist mit Sicherheit auch nicht so, dass wir sagen, ja, brauchen wir nicht mehr. Sondern ganz im Gegenteil. Es gibt so ein, zwei Überlegungen hinter den Kulissen, ob man das zusätzlich mal vielleicht mit aufnimmt. Ja, ob man da, so wie jetzt mit Micha und mit dem Olaf Zimmer, mit Zox, dass wir mal ein Extraformat mal rausbringen, alle paar Wochen. Dass man mal in einem persönlichen Gespräch darüber spricht, was so generell aus der damaligen Zeit so hängen geblieben ist bei der einen oder anderen Legende. Weil wir haben natürlich schon gemerkt, und ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, dass, wenn jetzt beispielsweise Markus Osthoff hier in die Sendung kommt, ja, und der dir vorher schon signalisiert, ah, ich hab das Spiel aber nicht gesehen und ich guck generell schon kein MSV mehr, außer die Ergebnisse. Weil natürlich dann immer ein bisschen schwierig ist, es zu integrieren. Es ging in der Vergangenheit immer, es ging immer, weil man es dann irgendwie so verwurschteln könnte oder man ihm einen Part in dieser Sendung dann gegeben hat. Aber es passte halt nicht zeitgemäß. Jetzt stell dir vor, heute wäre Wolters gekommen und der hat das Spiel nicht gesehen. So, jetzt könnte Wolters noch was dazu sagen, weil er in der gleichen Liga spielt mit RWE aktuell. Es macht dann aber nicht so viel Fun. Ihr habt wahrscheinlich auch immer die Sendung verfolgt hier, wenn zum Beispiel Straßburger oder Markus Höhner oder Thomas Wagner, das sind alles so Leute, da hätte ich mal wieder Bock drauf, wie die das gerade so einfangen. Gerade Thomas Wagner, ich glaube, den sehe ich bei jedem Heimspiel unten am Rand. Schöne Größe, Thomas. Wäre mit Sicherheit mal wieder cool, so jemanden reinzunehmen. Genau wie Daniel Flottmann übrigens, der letzte Woche bei im Westen hier zu Gast war. Der ist auch sehr, sehr oft mittlerweile beim MSV, wenn für Magenta unterwegs als Experte. Das sind so Leute, die könnte ich mir mal vorstellen. Ralf Heskamp wäre natürlich eine geile Nummer. Ich kann sagen, der eine oder andere wird ja auch verfolgt haben mit meiner Story mit Markus Krebs. Das wäre sensationell. Gibt auf jeden Fall dort eine Nachricht ans Lager Krebs. Also dort wurde eine Nachricht verfasst von mir, die dorthin adressiert wurde. Friedhelm Funkel natürlich auch sehr, sehr geil und viele weitere. Also es muss so ein bisschen passen mit aktuellem Bezug. Genau wie mit dem Mike. Auch ihn begrüßen wir mit Sicherheit demnächst nochmal hier als quasi Experte. Aber der Mike kann ich nur sagen, der hat ganz klar gesagt, hey Leute, ich komme, aber dann gucke ich auch vorher das Spiel. Also ich komme jetzt hier nicht und kann nichts dazu sagen, sondern ich muss dann voll drin sein und ich muss das Spiel verfolgen. Und das ist natürlich an dem Sonntag, wenn er selber spielt, extrem schlecht. Von daher schauen wir einfach mal in einen der nächsten Folgen. Und ja, so viel dazu. Ja, ich habe noch eine schöne Frage von Moritz Stoppeking gesehen. Was glaubt ihr, wenn beim MSV alles gut laufen sollte, was können wir maximal noch erreichen als MSV? Bundesliga-Aufstieg. Glaubt ihr, kommen wir da jemals nochmal dran? Mit uns soll ich? Ganz schwer, ganz schwer zu beurteilen. Wenn man, wenn man jetzt, also es gibt Vereine, die in der Versenkung verschwinden. Ja, Traditionsvereine, die erste Liga gespielt haben, die in der Versenkung verschwinden. Die Chance besteht. Es gibt Vereine, die in der Versenkung verschwunden sind und wieder aufgestanden sind. Kaiserslautern als Beispiel. Die Möglichkeit besteht auch. Kaiserslautern ist jetzt in die zweite Liga gestartet mit, ich glaube, elf Punkten. Ich weiß es nicht genau. Aus fünf Spielen. Also irgendwie sowas. Also wirklich, wirklich gut gestartet. Keine Überraschung mehr. Kein Strohfeuer mehr. Und wenn man sich da stabilisiert in der zweiten Liga, dann kann man mit dieser Fanbase auch mal irgendwo mit neuen Investoren, die Kaiserslautern da hat, immer wieder nach oben schauen. So, jetzt ist die Situation beim MSV ein bisschen eine andere. Wir haben hier eine Region, in der wir ziemlich viel Konkurrenz haben. Kaiserslautern ist da relativ konkurrenzlos. Trotzdem will ich sagen, ist es immer möglich. Schau dir Paderborn an, Moritz. Paderborn ist innerhalb von drei Jahren von abgestiegen und doch nicht abgestiegen wegen Zwangsabstieg 1860 doch in der dritten Liga geblieben und dann innerhalb von drei Jahren oder von zwei Saisons in der ersten Liga gelandet. Das hängt alles sehr, sehr stark davon ab. Es muss alles passen. Der Fußball muss passen. Kann man nicht vorhersagen. Ich gebe dir auch andere Beispiele. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in die erste Liga kommen, ist sehr gering. Sehr, sehr gering. Machen wir uns wirklich keine Illusionen. Aber wenn man wirklich Pläne hat und konsequent ein Fußball spielt, wie es damals Paderborn gemacht hat oder, 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 dann ist das möglich. Aber die Gefahr besteht auch genau in die andere Richtung. Ich gebe dir andere Beispiele sogar, weil, keine Ahnung, wie jetzt dagegen argumentiert wird mit Paderborn. Aber was ist mit so Vereinen zu der Zeit, wo die aufgestiegen sind, wie Braunschweig? Was ist mit Gräuter führt? Was ist mit Darmstadt? Oder auch jetzt, wenn wir gar nicht mal so weit weg gehen wollen und uns nur auf die zweite Liga beziehen. Was ist mit, wie hat sich ein Holstein Kiel entwickelt in dieser zweiten Liga? Die sind damals mit uns aufgestiegen. Und die sind jetzt immer noch dabei, genau wie Regensburg. Wie hat sich denn Regensburg auch entwickelt? Auch nicht mit, dass die mit Kohle um sich schmeißen. Also ich glaube, in solche Regionen können wir auf jeden Fall dann wieder reinkommen. Aber dazu gehört halt sehr, sehr viel. Und das ist mit Sicherheit nicht leicht vorhersehbar. Aber da gebe ich dir schon recht, Micha. Ich habe aber trotzdem, und diese Nachricht, die beschäftigt mich natürlich jetzt schon seit dem 8. August. Seitdem hat er geschrieben. Und daraufhin habe ich geantwortet. Und daraufhin hat er wieder geschrieben. Ich rede von Lars. Sagt dir der Name Lars? Sagt dir das was? Also es gibt einige Lars, aber... Aber nicht den Lars. Und zwar lese ich mal nicht vor, sondern ich sage dir mal, um wen es sich handelt. Lars hat uns nämlich angeschrieben bei Instagram und schreibt, Tag die Herren, Grüße gehen raus vom, und jetzt halte ich fest, ehemaligen Nordkurventrommler der 90er Jahre. Der Nordkurventrommler der 90er Jahre der Lars hat uns geschrieben. Und das könnte auch jemand sein, den wir mal dann vielleicht auch gerade mit Bezug auf die Silvestergala, Micha, ist ja auch nicht mehr ganz so lange hin, ne? Oh Gott. Nur vier Monate, da ziehen wir uns wieder hier Jackett und Krawatte an. Und da stellen wir mal wieder hier ein paar Leute mit rein, ne? War ja eine ganz coole Nummer damals bei dir unten im Keller. Und da haben wir ja mit vielen, vielen Leuten aus der Community gesprochen, du erinnerst dich. Können wir ja vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen ausweiten. Und der Lars ist mit Sicherheit prädestiniert dafür. Ja, stark. Vielleicht machen wir es auch einfach in irgendeinem Theater oder Kino live. Genau. Es gibt einige Ideen. Ja, das ist das andere. Leute, also Community treffen jetzt erstmal am 17.09., hatten wir gesagt, mit zwei Teams. Und die andere Geschichte, es wird irgendwie in die Weihnachtszeit hineinfallen. Das wäre natürlich auch richtig stark irgendwie an so einem zweiten, dritten Advent. Dann in so einem Duisburger Kino oder in einem Theater. Und dann machen wir mal so einen Saal voll. Und dann lagen wir mal ein paar Legenden ein. Dann machen wir wirklich so eine Interview-Ecke. Dann haben wir eine Sendung. Dann haben wir ein Konzept. Dann gibt es Bier. Dann gibt es Popcorn. Schauen wir mal. After Show. Und den Lars, der trommelt dann einen vom Fernsten. Und After Show Party gibt es auch. Die gibt es bestimmt auch am 17.09. Da gehen wir bestimmt hinterher auch noch einen trinken. Und weißt du, wer dann noch kommt? Gordon Wilde. Den laden wir noch ein. Er nennt sich wild. Aber dann wird der Abend auch wild. Ja, dann wird es wild. Ja. Ich kriege gerade den Wink mit dem Zaunfall. Bei mir wird es langsam hier ein bisschen laut um die Uhrzeit. Ah, okay. Alles klar. Ich hätte ewig so weitermachen können. Ehrlich. Macht eine Menge Spaß. Vielleicht machen wir das tatsächlich nächstes Mal auch nochmal, wenn wir die Previews, zu Oldenburg haben. Denn zwischen heute und der nächsten Sendung Preview gegen Oldenburg gibt es kein Spiel, über das wir sprechen. Das heißt, wir werden sowohl den Draft machen von Stefans und meinem Wildcard-Gewinner für das Quiz. Das machen wir heute in einer Woche Sonntag. Wir können natürlich über den Pokal sprechen. Klar, Niederland-Pokal, Stefan, Donnerstag. Wird übertragen. Wo wird übertragen? Ich glaube, es wird nicht übertragen. Wird gar nicht übertragen? Ich glaube nicht. Also von der Firma, wo ich arbeite, nicht. Ah, guck mal. Ich habe einen Link gesehen davon. Ja? Ja. Dann kann es jemand anders sein. Nee, von eurem. Von uns? Ich habe einen Stage-Link gesehen zum Niederland-Pokal-Spiel. Oh, vielleicht gibt es auch was, was ich nicht weiß. Okay. Also darüber sprechen wir natürlich dann nächste Woche. Und wir machen, wie gesagt, den Draft. Für den Draft müsst ihr unter diesem Video hier, nicht jetzt live, sondern unter diesem Video, einen Kommentar schreiben, warum seid ihr denn prädestiniert dafür, mit Stefan oder mit mir bei diesem MSV-Quiz mitzumachen. Und nochmal die Erinnerung, Stefan hat es gerade schon eingeblendet, die Folie. Guter Zweck und für euch ein geiles Trikot für 5 Euro. Ja. Gibt es eigentlich, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Also, bei Streamlabs einfach in die Beschreibung reingehen, hier unter diesem Video mal reinschauen und dann MSV-Bitter für das Bitter-Trikot oder MSV-Knoll. Mensch, wo war der Knolli eigentlich heute? Darf man das fragen? War er mit? War er mit? Nö. Weiß ich nicht. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Nö, war nicht auf der Bank. Nö, auf der Bank natürlich nicht, denn er muss Gefahrsache. Ah ja. Dass er nicht auf der Bank ist, ist klar. Ob er jetzt mitgefahren ist, weiß ich nicht. Vermutlich ist er zu Hause geblieben, in Areia. Muskelfaserliss befindet sich im Wiederaufbau und wird dann vermutlich in zwei, drei Spielen wieder richtig eingreifen können. Ja. Dann haben wir auch das und Micha. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch wirklich zum Ende. Hat richtig viel Spaß gemacht. Also müssen wir wirklich öfter mal machen. Wobei, einen Punkt haben wir noch. Komm. Ja. Den nehmen wir mit rein. Ja. Auch die Leute gibt es ja, die sich dann darüber freuen, wenn sie hier gut tippen. Und zumindest einfach mal die Top Ten. Den Steel Surfer 71 auf Platz 10. Dann haben wir den Wedau Wemse auf 9. Den André SV W auf 8. Molly 2016 auf 6. Genau wie der Buchholzer 69. Rico auf 3. Joe auf 3. Dustin 12 Plätze hoch auf 3. Grandmaster auf 2 und der MSV Olka. Der setzt sich langsam schon ab. Der Volker. Der hat schon 89 Punkte. 10 mehr als der zweite. Wahnsinn, Volker. Gib Gas. Vergiss niemals zu tippen. Und tipp, was das Zeug hält. Und dann bist auch du dabei. Und deswegen. Ja. Fällt mir gerade ein, wo du über Kicktipps sprichst. Eine Info noch. Lieben Gruß, Stefan. Von Peter Kötzle. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert. Und wir haben ja noch dieses Stadion-Ding offen. Ja. Wir können noch nicht sagen, wann wir es machen. So viel kann ich sagen. Aber schöne Grüße. Und ja. Hier. Der Kollege Bratwurst schreibt gerade, ob am Mittwoch der andere Podcast. Hör mal. Wenn es nach mir geht, ja. Ansonsten. Da müssen wir immer auf den Marlon und auf den Stefan hoffen. Aber in der Regel soll es so sein, ja. Die beiden haben es eigentlich angekündigt. Schauen wir einfach mal. Du wirst auf jeden Fall informiert. Dann sage ich. Leute. Hat richtig viel Bock gemacht. Und so macht es natürlich richtig Spaß. Ich glaube, so die entspannteste Sendung so. Nicht nur das, weil der MSV heute mal gewonnen hat. So generell, weil man auf einer Welle reitet jetzt gerade als Duisburger. Und ich hoffe, das dauert noch eine Zeit lang an. Ich würde sagen, wir haben uns gerade schon groß verabschiedet. Und auch an die 150, 180 Leute, die jetzt hier gerade noch so ein bisschen Fragen, Antworten gemacht haben mit uns. Vielen, vielen Dank für euer Beisein. Hinterlasst noch ein paar Likes. Nicht vergessen. Schreibt ins Video, warum ihr gerne beim Kneipenquiz dabei sein wollt. Beim Zebraquiz. Und am 17.09. Dann sehen wir uns und hören wir uns. Aber erst am Montag. Denn da geht es um drei Punkte gegen Oldenburg. Michael, was soll ich sagen? Zwei Stunden fast auf Uhr. Vielen, vielen Dank. Wir sind ja nur noch bei YouTube. Deswegen reicht ja auch für mich, reicht Tschüss sagen, per Handzeichen. Nein. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich sage mal so. Nur der MSV. Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei uns.